Deine alten Schulfreunde, die dich anrufen und dir sagen, ey Neeroy, wie geht's dir? Lass uns mal treffen, ich hab voll den guten Finanztipp für dich. So einen Freund hatte ich auch. Ja, das hatte jeder. So einer warst du? So einer war ich. Oh, Thomas. Das heißt, du hast Leute da irgendwie so reingezogen, oder was? Ich hab damals Produkte verkauft, wenn ich da heute drauf gucke und denke ich mir, um Gottes Willen, wenn du deine Kryptos kaufst, lass sie nicht auf einer Kryptobörse liegen. Kurzfristig sind Aktien mega riskant. Aktien sind nicht prognostizierbar. Wenn ich heute eine Aktie kaufe, weiß ich nicht, ob die morgen höher oder tiefer steht. Das kann dir niemand sagen, seriös. Du kommst heute mit den ganz harten Fragen oder den ganz tricky Question, aber finde ich gut. Ordentliches Minus und dementsprechend auch eine vierstellige Verlustzahl. Trotzdem verdient ihr natürlich auch Geld, ihr macht Umsätze. In welcher Größenordnung seid ihr da unterwegs? Ja, siebenstellig. Wir haben sechsstellige Personalkosten monatlich. Ich bin mit 60.000 Euro Schulden ins Berufsleben gestartet. Als ich 16 oder so war, habe ich mit dem Porsche-Konfigurator rumgespielt. Und da war es mein großer Traum gewesen, irgendwann mal einen neuen Elfer-Turbo, weiß nicht mehr was, zu fahren. Weißt du, hat mir die Porsche-Videos angekommen, geil und so weiter. Ich habe meinen Job geliebt. Aber es gibt solche Tage, hast du dann Bock, einfach das auf den Tisch zu knallen und zu sagen, mach deine Scheißleit selbst. Ich gehe jetzt, weißt du. Zwei Dinge, in dem du dich selbst drum kümmern musst. Die Partnerwahl und die eigenen Finanzen. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und passend zum heutigen Gast präsentiere ich euch eine Möglichkeit, wie ihr all eure Finanzen übersichtlicher gestalten könnt. Und das Ganze ist kostenlos. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, ihr gebt hier Geld aus. Ihr geht da shoppen. Ihr bestellt euch Essen nach Hause und irgendwie denkt ihr euch, scheiße, wo ist das ganze Geld hin? Und ich bin da ganz ehrlich mit euch, mir ging es da nicht anders. Ich habe auch schon mal 500 Euro in einem Monat nur für Essen rausgehauen und habe es halt einfach nicht richtig gecheckt. Und genau hier knüpft der Partner des heutigen Videos an, nämlich die App Finanzguru. Dort kannst du all deine Konten einfach reinknallen und bekommst einen perfekten Überblick über deine gesamten Ein- und Ausgaben. Die Einnahmen und die Ausgaben werden automatisch sortiert, sodass du auf einen Schlag siehst, wofür du wie viel ausgegeben hast. Und da kommt natürlich dann auch die bittere Wahrheit raus, wie viel ich zum Beispiel für Pizza ausgegeben habe. Du kannst überflüssige Verträge rechtssicher über die App direkt kündigen. Finanzguru ist eine echt super Hilfe, die eigenen Finanzen komplett im Blick und im Griff zu behalten und sogar Geld am Ende des Tages zu sparen. Es gibt die Basisversion, die habe ich euch jetzt erklärt, die ist schon ziemlich geil und kostenlos. Und wenn ihr selber mal eine absolute Tiefenanalyse von eurem Geldbeutel machen wollt, dann macht das mit der Plus-Version. Denn Finanzguru Plus bietet dir genau dieses Feature des frei verfügbaren Einkommens, wo du direkt auf einen Blick am Monatsanfang siehst, was abgezogen wird. Also wie viel dir direkt abgezogen wird durch irgendwelche laufenden Verträge oder so. Das kann die App selber analysieren. Und zusätzlich könnt ihr euch ein individuelles Budget setzen, was ihr für welchen Lebensbereich am Ende wirklich ausgeben wollt. Und warum erkläre ich euch jetzt die Plus-Version? Ihr könnt die einen Monat kostenlos testen mit dem Code Leeroy. Also macht das und ihr könnt danach auch immer noch checken, ob ihr das wirklich braucht oder nicht. Aber jetzt gerade ist es kostenlos, also probiert es einfach mal aus. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Und jetzt legen wir los. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst jetzt los, wollt aber dieses Gespräch verfolgen, dann könnt ihr sehr gerne wie immer auch auf Spotify zuhören. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann dürfen wir loslegen. Freut mich. Freut mich. Freut mich, Thomas. Schön, dass du da bist. Hey Freunde, schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute Thomas von Finanzfluss am Start. Finanzfluss ist ein YouTube-Kanal, wo ich selber sagen muss, ich habe so viele Videos schon gesehen. Und dachte mir dann, als wir uns auf einem Event mal über den Weg gelaufen sind, ich möchte diesen jungen Mann hier mal auf dem Sofa sitzen haben. Wir werden heute über dich sprechen, über deinen Werdegang. Ihr habt mehr als eine Million Abonnenten mit Finanzinhalten erreicht. Du und dein Team, du bist das Gesicht. Aber stelle ich sehr gerne einmal kurz vor für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen. Das war ja nicht irgendein Event, sondern du hast uns ja den 1-Millionen-Play-Button überreicht. Also das darf man nicht vergessen. Das war ja nicht irgendwo in der Bar. Und vielleicht, ja, also mein Name ist vom bürgerlichen Namen her Thomas Kehl. Häufig wird es, ich habe mich immer in den Videos vorgestellt, jetzt Thomas von Finanzfluss. Deswegen denken viele Leute, ich heiße so, aber das ist tatsächlich nur der Künstlername in Anführungszeichen. Genau, ich mache seit 2000, was ich kurz überlegen, Anfang 2016 Videos zum Thema Finanzen auf YouTube. Und das haben wir nebenbei gemacht. Also wir, mein Geschäftspartner und ich, also den ich aus dem Abitur noch kenne, wir haben da zusammen gestartet in London und das alles neben dem Studium gemacht. Dann habe ich ein bisschen als Investmentbanker gearbeitet zwei Jahre. Also habe dann am Wochenende immer noch die Videos gemacht, mein Kumpel ist dann immer rübergekommen. Habe damals in Paris gelebt. Und ja, das wurde dann irgendwann so groß, dass wir das nicht mehr beides unter einen Hut gekriegt haben. Zwei Fulltime-Jobs und einen YouTube-Kanal. Und wir hatten auch so viele andere Ideen, was wir machen wollen. Eine Webseite aufbauen, Podcasts und so weiter. Und dann haben wir halt gesagt, so, wir kündigen 2019. Und sind dann Vollzeit nach Berlin gegangen, um dort ein Team aufzubauen. Ja, und das Team wächst und wächst und wächst. Eure Website ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt, wenn man irgendwie als junger oder auch als älterer Mensch sich irgendwie weiterbilden will und authentische Tipps braucht für seine eigenen Finanzen. Ich werde dir heute sehr viele Fragen stellen, wie man so etwas aufbaut, was da im Hintergrund alles läuft. Und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, Fragen in die Kommentare zu schreiben, weil das Thema Finanzen ist komplex. Hier scheiden sich auch die Meinungsgeister. Und ich glaube aber, dass wir uns damit mehr beschäftigen müssen. Deshalb habe ich diesen jungen Mann heute hergeholt. Und jetzt lass uns aber ganz am Anfang mal anfangen. Wirklich mal einen Sprung in deine Kindheit zurück machen. Mich würde wirklich interessieren, als was für ein Kind bist du aufgewachsen? Jetzt heute, man sieht dich ja immer so ein bisschen, so wie du auftrittst, habe ich das Gefühl. Ja, super Elternhaus, gut erzogen. Eiser Abi. Eiser Abi, ganz wichtig. Oder sogar 0,8er, so ein Ding. Und ihr hattet früher schon immer viel Geld. Nee, nee, gar nicht. Also ich komme aus einer, anders als Friedrich Merz das jetzt behaupten würde, echte Mittelklasse-Familie. Also mein Vater hat gearbeitet, bis er 50 war, hat sich dann selbstständig gemacht. Also ist dann, dass er im Konzern gearbeitet hat, wurde die Sparte aufgelöst. Meine Mutter hat uns bis zum 18. Lebensjahr, glaube ich, erzogen, also gar nicht gearbeitet. Und ist jetzt als Sekretärin der Universität tätig. Und ja, so bin ich groß geworden. Mein Vater hat mich frühzeitig an das Thema Finanzen herangeführt. Ich war kein Musterschüler, also deswegen dieser Scherz mit dem einzelnen Abi. Ich habe sogar eine Klasse wiederholt. Und ja, von daher ein bisschen Spätzünder. Aber irgendwann bin ich dann so auf das Thema Finanzen gekommen. Mein Vater hat mich da herangeführt mit einem sogenannten Börsenbrief. Das ist sowas, das kennst du ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist ein Oldschool-Newsletter sozusagen von Analysten. Da zahlst du halt jeden Monat dafür. Und das sind dann halt Analysten, die fahren dann in Deutschland in kleine börsennotierte Firmen und analysieren die halt, sprechen mit den Vorständen, schauen sich die Zahlen an und sagen dann, das ist ein Kauf, das ist ein Verkauf. Und dann hat mein Vater das abonniert gehabt, hat mir das immer auf den Tisch gelegt und hat gesagt, hier Junge, lese mal. Was denkst du dir da? Weil als Jugendlicher, hier gucken auch viele junge Menschen zu, die sich wahrscheinlich bei so einem Vater und so einem Brief denken würden, du, den kannst du gerne behalten. Nee, nee, also er hat das so, ich habe damals auch schon Kinderbücher zum Thema Finanzen gelesen. Es gibt ja so ein Buch, das heißt Ein Hund namens Manni von Bodo Schäfer, finde ich sehr gut. Also wenn du halt sehr junge Zuschauer hast, also kann ich das empfehlen. Gibt eine gute Herangehensweise und war halt als Kind auch schon sehr sparsam. Also ich hatte immer so eine Sparbüchse unter meinem Bett, was mit so einer Kette sogar befestigt war, dass mir das keiner klaut. Also außer meinen Eltern hätte das, glaube ich, niemand klauen können. Ja, man muss sich manchmal auch vor den eigenen Eltern schützen, ja, super. Und genau, da habe ich immer Geld reingespart und mein Vater hat dann auch immer ganz gerne Incentives gesetzt. Also wenn wir zum Beispiel in den Urlaub gefahren sind und dann gab es halt Taschengeld, spezielles Taschengeld für den Urlaub, hat er gesagt, jeden Euro, den du zurückbringst, verdoppel ich dir. Also wenn du quasi nicht alles rausgehauen hast im Urlaub, dann wurde das Geld verdoppelt und halt auf die Seite gelegt. Also zum Beispiel, er hat dann damals ein Depot für mich angelegt gehabt, also ein Wertpapierdepot, wo man Aktien investieren kann. Das durfte ich dann natürlich nicht selbst verwalten, ich war da 14 ungefähr, sondern das muss dann halt er machen. Aber ich habe mir immer gesagt, guck mal, kauf das, kauf das und so weiter. Und er ist dann einfach mitgegangen. Also aus diesem Börsenbrief habe ich die Information gezogen. Also würde ich sagen, dass dein Papa, so wie das klingt, auch schon so ein bisschen mit Schuld ist an der Tendenz, die du jetzt letztendlich heute hast? Also mein Bruder wurde genauso erzogen wie ich. Ihr seid zu zweit? Genau, genau. Ich habe einen kleineren Bruder, etwas jüngeren Bruder, der hier in Aachen arbeitet auch. Und der hat da, also den hat das Thema Finanzen weniger interessiert. Also er ist heute Ingenieur und ja, von daher habe ich da vielleicht nochmal so ein spezielles Interesse. Aber genau, der hat uns da ursprünglich herangeführt gehabt, weil er selbst auch mit 50, also mein Vater, das Thema Finanzen relativ spät entdeckt hat für sich. Und uns dann halt quasi mit daran geführt hat, also mit dem, wie er das halt selbst für sich entdeckt hat, das Thema. Okay. Ja, du hast dann wahrscheinlich doch diese Faszination, diese Liebe, die dein Papa da schon so hatte, die hast du dann umgewandelt. Du hast bei deiner Vorstellung auch über deine verschiedenen Stationen gesprochen. Ja, die ganz schön. Wann war dir klar, dass du plötzlich in diese Öffentlichkeit herein willst? Weil irgendwie, das sage ich dir jetzt auch mal so offen, du wirkst für mich gar nicht so wie der Typ, der jetzt unbedingt Bock hat, immer im Spotlight zu stehen und sich irgendwie selber präsentiert. Und trotzdem bist du irgendwie der Finanzmensch, den man immer findet, wenn man auf YouTube irgendeinen Finanztipp braucht. Also da hat mein Mitgründer Arno tatsächlich die bessere Karte gezogen als ich, weil wir waren zu zweit. Er hätte genauso gut vor der Kamera stehen können, aber es war halt immer so, ja, ich schneide die Videos, ich mache die Animationen und du bist der Finanzexperte, also muss ich das machen. Er hatte viel mehr Ahnung im Kryptobereich als ich und dann irgendwann haben wir immer gesagt, komm, mach du mal Kryptovideos. Aber eigentlich hat es doch hingekriegt, mich da hinzubringen. Also es ging jetzt nicht so, dass ich irgendwie in die Öffentlichkeit wollte und Aufmerksamkeit wollte, sondern es hat sich wirklich so dahin entwickelt. Also für uns war das wirklich, wir haben das damals gesehen als, es gibt kaum Finanzinhalte auf YouTube, also vielleicht nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Arno hat damals bei TransferWise gearbeitet, also das heißt heute Wise, das ist für internationale Geldtransfers in London. Und bevor er dort gearbeitet hat, hat er sich bei YouTube beworben und ist dort im Bewerbungsprozess relativ weit vorangekommen, in London als Account Manager. Das, was du ja auch hast, oder wir auch, ein Ansprechpartner von YouTube, den man dann halt mal anrufen kann, wenn es enge Probleme gibt. Und auf so eine Stelle hat er sich beworben gehabt und musste dann halt den Bewerbungsprozess durchmachen und dabei halt lernen, was sind erfolgreiche YouTube-Kanäle, was nicht, worauf kommt es an. Und er kommt aus dem SEO, also Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung, hat halt dann diese Brille genommen und mal auf YouTube geschaut und gesehen, ah, Finanzinhalte gibt es kaum noch auf YouTube. Wir sind vor... Während meiner Studienzeit. Also das sind acht Jahre her? Genau. Sieben Jahre? Ja, genau, acht Jahre her. Also, ja, für Zuschauer glaube ich... Nee, nee, sechs, sorry. Trotzdem, also in dieser Zeit, alleine was ich Jahr für Jahr, wir haben vorhin, wollen wir schon kurz einen Kaffee trinken, wir haben über Seven World is Wild gesprochen, etwas, was es jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr gibt. Das ist, also das sind in YouTube-Jahren, verändert sich ja unfassbar viel. Sechs Jahre, damals, ja, gab es, es gab keine Shorts, es gab das alles nicht. Und zu dem Zeitpunkt hat er das gesehen und gesagt, da ist eine Lücke. Genau, genau. Und ist dann auf mich zugekommen, weil er wusste, Finanzen war immer mein Thema gewesen. Vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ich habe direkt aus der Schule raus, nach dem Abi bin ich direkt in den sogenannten Finanzstrukturvertrieb gegangen. Weiß nicht, ob du das kennst. Das sind deine alten Schulfreunde, die dich anrufen und dir sagen, ey, Neyroy, wie geht's dir? Lass uns mal treffen, ich habe voll den guten Finanztipp für dich. So einen Freund hatte ich auch. Ja, das hatte jeder. So einer war's? So einer war ich. Oh, Thomas, das heißt, du hast Leute da irgendwie so reingezogen oder was? Genau, also ich wurde selbst von einem Freund dort angeworben, dass ich dort mit hingehe. Der hat da relativ schnell die Säge gestrichen und gesagt, nee, das ist nichts für mich. Ich bin da kleben geblieben, weil es dort so eine markante Persönlichkeit gab, der Direktionsleiter. Das sind dann so reine Motivationsveranstaltungen. Und er hat dann gesagt so, wenn jemand 3.000 Euro verdienen will, zeige ich ihm, wie er 3.000 Euro verdient. Wenn jemand 10.000 Euro im Monat verdienen will, dann zeige ich ihm, wie er 10.000 Euro verdient. Und ich habe direkt die Hand gehoben und sage, ich bin der 10.000 Euro Typ. Ich habe Bock auf die 10.000. Spoiler, hat nie geklappt. Ach, wirklich? Ich habe nie 10.000 Euro verdient dort. Das war sehr, sehr viel Blenden. Und ja, ich bin trotzdem zwei oder drei Jahre dabei geblieben. Habe sogar meine eigene Agentur aufgemacht. Ich hatte so einen eigenen Laden, also nicht hier, aber in Saarbrücken damals. Was hast du dort gelernt? Also eigentlich lernt, also im Sinne von Ausbildung meinst du, ne? Ne, was du jetzt heute, was du mitgenommen hast. Persönlich, ja. Ich glaube, ich habe einen sehr tiefen Einblick bekommen, was in der Finanzwelt tatsächlich Privatpersonen, wie die beraten werden, was die Beratungsqualität ist, was die Produkte sind, die dort angeboten werden. Und das ist echt sehr, sehr mies. Also ich habe damals Produkte verkauft, wenn ich da heute drauf gucke und denke ich mir, oh Gottes Willen. Aber nicht, weil ich irgendwie ein böser Mensch bin oder irgendwie raffgierig war, sondern weil ich einfach nicht die Bildung dazu hatte, herauszufinden, das ist eine Lebensversicherung, die ist super teuer, hat eine super geringe Rendite. Da ist eine enorme Provision drauf, da musst du 20 Jahre lang reinzahlen, um überhaupt mal in den Profit reinzukommen. Diese Vision hatte ich nicht, habe ich nicht gesehen. Also man muss ja alleine auch als Käufer wissen, dass wenn man ein Produkt abschließt bei dir als Verkäufer, dass man die ersten Monate und vielleicht auch Jahre, je nach Produkt, du sagst fünf Jahre, nur das Geld, was bei dir diese gezielten 10.000 Euro ausmacht, dieses Geld verdient man erstmal selber überhaupt nicht, sondern das zahlt man ein und das ist erstmal weg. Und ich habe auch mal hinter die Kulissen gucken dürfen bei genau so einem Strukturvertrieb, ich sage jetzt den Namen nicht, aber das war eine Erfahrung, weil ich durch die Menschen, die dort gearbeitet haben und diese Motivateure, die gibt es dort, die sind dann meistens so die Bosse, die größten Tiere und alleine über Emotionen schaffen sie es unfassbare Umsätze auch zu schreiben. Es ist dann wirklich der eine und er vielleicht noch ein Partner im Laden, da drumherum laufen 50 Menschen rum, die genau diesen Traum haben, wie du, ja 10.000 Euro hat er gesagt und er selber hat mir auch gezeigt, er fiel sieben sogar 20.000 oder 30.000 Euro. Ja, das wurde, also die Provisionsabrechnungen wurden gezeigt in der Präsentation. Genau, aber die größten. Und unten müssten die ganz dicken Karren stehen, das ist, ja. Ja, du selber hast dann plötzlich mit 19, habe ich die Jungs mit Anzug dann da rumlaufen sehen, mit 18, frische aus dem Abi, die haben noch nichts gelernt, aber kriegen halt so ein Handwerkszeug und die Kirsche auf der Torte war, dass sie nach einem halben Jahr ihre Facebook-Kontakte freigeben mussten. Echt? Ja, das ist ganz krass. Es ist auch so ein Durchlauferhitzer, also es ist ganz klar, wie das System funktioniert. Wenn du halt hochkommen willst, bringst du am Anfang dein persönliches Umfeld. Deswegen rufen dich die alten Schulfreunde an. Und entweder schaffst du es dann, da Empfehlungen draus zu generieren, irgendwie einen guten Job zu machen, dann kommst du weiter hoch und rekrutierst neue Leute unter dir, die dann quasi für dich den Job machen. Oder halt nicht, dann bist du halt raus, dann werden die Nächsten reingenommen, die mit ihren privaten Kontakten halt das System füttern. Ich finde es gut, dass du daraus aufgewacht bist, du hast ja irgendwie dich dann doch für einen saubereren Weg entschieden. Ich möchte auch noch einen kleinen Disclaimer da händen. Ich möchte nochmal ganz klar sagen, das sind keine bösen Menschen oder sowas. Das ist halt einfach nur miese Inzentivierungsstrukturen, wenn du kein Gehalt hast. Also Inzentivierungsstrukturen heißt, du hast kein Gehalt. Du kriegst immer nur dann Geld, wenn du einen Vertrag abschließt. Und jetzt sitzt du beim Kunden und vielleicht ist ja beim Kunden alles perfekt. Und dann hast du aber kein Interesse daran, ihm nichts zu verkaufen. Und du hast auch kein Interesse, ihm zu sagen, wow, geil, die Versicherung, die du hast, behalte die auf jeden Fall. Sondern du wirst immer versuchen, deine eigenen Produkte zu platzieren. Weil du willst irgendwann am Ende des Tages Geld verdienen. Also du musst auch Geld verdienen. Es geht nicht mal um die 10.000 Euro. Es geht darum, dass du einfach nur deine Miete bezahlst. Also in dem Level war ich dann gewesen. Beim Versicherungswechsel zahlst du aber diese Kosten aufs Neue. Das muss man auch sagen. Das kommt auf an welches Produkt. Aber ja, grundsätzlich. Ja, es ist total spannend. Und ich bin mir sicher, dass da auch viele gerade, die jetzt hier zuschauen, vielleicht sogar in der Situation dabei sind. Also schaut da einfach gut auch mal hinter die Fassade. Versucht euch da rein zu begeben. Warum seid ihr diejenigen, die jetzt auf jemanden zugehen sollen, um ihm eine Versicherung zu verkaufen? Was macht euch überhaupt? Was bringt euch überhaupt in die Lage dazu, dass ihr das dürft? Und warum seid ihr diejenigen, die auch jemandem dieses Glücksversprechende, was oft dann mitgegeben wird, auf den Weg bringen? Und könntet ihr damit leben, wenn das Ganze in die Hose geht und die Person am Ende sauer auf euch ist, weil ihr sie reingebracht habt. Thomas, hier vor uns ist die Statistik eingeblendet. Aha. Die magische. Ja. Wie viele Menschen diesen Kanal schauen, aber ihn noch nicht aktiviert haben. Skandalös. Skandalös. Ebenso die Glocke. Freunde, holt das kurz nach, aktiviert den Kanal und abonniert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Gut. Ich glaube, man muss da einfach vorsichtig sein. Und das sind aber keine bösen Menschen, da würde ich mich anschließen. Jeder, die ich dort kennengelernt habe, die haben es gut gemeint. Manche wussten es auch nicht besser. Ja, genau. Gut. Jetzt muss ich nochmal zu dir als Person zurückkommen, weil ich finde es sehr spannend. Ihr habt euer Büro heute in Berlin. Ihr werdet da auch umziehen und du hast dir heute hier auch so ein bisschen Inspiration aufgeschnappt, habe ich gesehen. Alles abfotografiert. Alles abfotografiert. Wir machen das eins zu eins nach. Du bist aber ein richtiger Pendler. Woran liegt es? Ja, also ich habe ja, also nachdem ich dann fertig war mit der Zeit in diesem Strukturvertrieb, war meine Mutter, also bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, das geht so nicht weiter. Ich war da an so einer gläsernen Decke und habe dann gesagt, das geht so nicht und bin dann nach Frankfurt studieren gegangen, habe mich dort beworben. Und es hat ziemlich einen Krach gegeben, als ich dort ausgestiegen bin. Das kann man so, ich habe da ein Sektenvideo, also das Video gesehen mit den beiden Sektenaussteiger und das war so ein bisschen in diese Richtung. Nicht ganz so extrem natürlich, aber gab es schon ein bisschen böses Blut. Und genau, dann bin ich studieren gegangen nach Frankfurt, habe dann dort Leute kennengelernt, die in Paris studiert haben. Da bin ich, habe ich mich in Paris zum Masterstudium beworben, weil meine Mutter ist Französin, also ich bin halb Franzose, spreche halt dementsprechend auf Französisch. Fließend? Ja, fließend, ja. Und dann bin ich nach Paris gegangen, habe dort meine Frau kennengelernt. Also ich habe dann dort studiert, habe dort dann meine damalige Freundin, jetzt Frau kennengelernt, die jetzt immer noch in Paris lebt und deswegen pendle ich halt zwischen Berlin und Paris. Habe dort auch dann die Jahre als Investmentbanker gearbeitet und dann haben wir irgendwann gesagt mit Arno, wir wollen deutschsprachige Menschen einstellen. Also ich meine, wir sind deutsche Inhalte und es geht natürlich besser in Deutschland. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir lassen uns in Berlin nieder. Er ist von London rüber, ich von Paris und ich pendle jetzt noch genau ein Jahr. Und dann wird sie nach Berlin ziehen und dann leben wir erstmal eine Zeit lang hier. Also Fern-Ehe aktuell. Genau, genau, ja. Und wie, wie habt ihr, also wie hast du sie dazu gebracht, dass sie jetzt sagt, okay, ich gebe Paris auf, was ja eine wunderbare Stadt ist. Meine absolut Lieblingsstadt, ja. Und du gehst trotzdem mit ihr nach Berlin, warum nicht Paris? Du, Auslandserfahrung ist immer gut, gerade für Franzosen. Franzosen sind meistens so, es ist eines der schönsten Länder der Welt, muss man sagen. Von daher haben Franzosen weniger Incentives als wir Deutschen, mal irgendwo hin in den Urlaub zu fahren. Die haben die Berge, die haben den Atlantik, die haben das Meer. Du kannst dort alles machen und deswegen bleiben die halt viel in ihrem Land. Und merkt man auch meistens so ein bisschen am Niveau, wie sie Englisch sprechen. Und deswegen ist es immer nützlich, wenn man mal ein bisschen Auslandserfahrung sammelt. Auch gerade als Arzt, glaube ich, sie ist Ärztin, mal ein anderes Krankensystem zu sehen und so weiter. Also sie hat da auf jeden Fall Lust drauf. Und ich meine, ich bin ja auch länger in Frankreich geblieben, als ich das jetzt unbedingt beabsichtigt hätte. Also wir kommen da super gut mit, klar. Und die Sprachbarriere für sie? Sie muss Deutsch lernen, ja. Also um in der Deutschen Ärztekammer anerkannt zu werden, musst du ein sehr hohes Sprachniveau haben. Also C1 sogar. C1, gut. Das ist nicht sehr, sehr weit von Muttersprache entfernt. Das heißt, ab jetzt wird Deutsch gesprochen zu hören? Sie nimmt jetzt schon Deutsch, Classes, wie sagt man das, Deutschunterricht. Aber wenn sie dann nach Berlin kommt, da muss ich erstmal Alleinverdiener sein für ein paar Monate. Sie macht Hardcore-Deutsch-Intensivkurs, wird dann akkreditiert in der Deutschen Ärztekammer und dann fängt sie dort an zu arbeiten. Okay. Ja, guter Plan. Weil ich denke mal, wie sieht das bei euch aus? Kinderplanung, Familienplanung? Ja. Wie weit seid ihr da? Also Kinder wird es auf jeden Fall geben, aber nicht auf Distanz. Also ich glaube, wenn wir zusammen in Berlin sind, dann sicherlich irgendwann. Ja, weil ich habe dir schon mal gesagt, du hast ja das Babyface, aber du bist 33. Ja, echt ist das so. Das ist, weil ich mich halt morgen rasiert habe. Ja, 33 bin ich. Ja, also ich bin ja auf dich zugegangen und dachte, ja, okay, wir sind beide Mitte 20 und du bist schon dann einen Ticken älter. Und dann kommt man ja auch in das... Danke. Man kommt einfach, glaube ich, dann auch in das Alter, wo man, wenn man sich Kinder wünscht fürs Leben, dann auch sagt, okay, wenn ich jetzt die Frau gefunden habe, ich finde es auch cool, dass du hier so einen richtig clean Ehring kriegst. Ja, schön gerne. Ja, aber habt ihr denselben oder wie macht man das dann? Kriegt sie dann den mit Brillanten? Ja, ich könnte da auch ein Geheimnis erzählen, wenn ich ihn jetzt auskriege. Ja, wir haben genau denselben, ja, den kann man sich aussuchen, die Farbe. Und ich war ein bisschen neidisch gewesen, dass nur Frauen Diamanten tragen dürfen. Deswegen habe ich da drin, wenn du es siehst, einen ganz kleinen Diamanten da drin. Ach, krass. Genau. Das ist ein echter Diamant? Ja, so ein Mini, so ein Stückchen halt. Also wenn ich dich klauen wollen würde, dann am besten. Ach, so viel ist das, glaube ich, nicht wert. Also so ganz klein. Okay. Ja, aber freut mich für dich, dass du das beides unter einen Hut kriegst, weil ihr macht, ihr macht ja unfassbar viel. Also dein Leben besteht zu einem großen Teil natürlich aus der Arbeit. Und ja, ich habe dein Team auf diesem YouTube-Event auch so ein paar von denen kennengelernt. Und ihr seid tief im Thema drin. Also jeder von denen hat ja so seinen Schwerpunkt bei euch. Und vielleicht erklärst du, wie aus diesem Ding, was du mit Arno zusammen gestartet hast, dann, also das ist ja heute viel größer. Wie waren da so die Steps? Ihr habt ja zu zweit mehr oder weniger angefangen. Du vor der Kamera, ja dann ein bisschen, ja, ich mache dir den Schnitt und ihr seid Partner. Aber jetzt ist da eine Riesenredaktion dahinter und alles. Das muss man immer erklären. Ja. Schritt für Schritt, ganz klein. Also ich meine, das ist ja immer so, wenn man so große Abschnitte betrachtet. Ne, wir sind beide nach Berlin gegangen, haben dort im Coworking-Space zu zweit gearbeitet. So klassisch, ne? Gehst dorthin, hast deinen Kaffee da stehen, Laptop auf. Abends musst du immer alles wieder leer räumen. Gehst dann ins, äh, ja, gehst dann wieder nach Hause. Und dann haben wir so Schritt für Schritt Leute eingestellt. Als erstes einen Cutter. Dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge. Aber ja, jetzt haben wir eine Redaktion, wir haben auch Entwickler, die wir beschäftigen, Product Manager, um auch in unserer Webseite zu arbeiten. Das sind halt immer so, wir haben halt super viele Ideen und zu wenig Leute, die die umsetzen. Deswegen müssen wir immer wieder nach, äh, nachrekrutieren. Und so ist das halt, äh, gewachsen, ja. Also von den, von den Formatanzahl, also wir haben in Corona-Zeiten, haben wir mit Streaming angefangen, haben dann einen Zweitkanal gemacht. Ähm, Podcast war immer so ein Thema gewesen, weil wir haben die Audiospuren ja schon, wir machen auch Interviews. Und, ähm, ja, wir wollten halt immer Website-Inhalte machen, weil gewisse Dinge muss man halt einfach lesen. Oder gewisse Dinge müssen auch immer geupdatet werden. Wenn wir zum Beispiel Produktvergleiche machen, wie beispielsweise Girokonten oder sowas. Wenn du da einmal ein Video produzierst, sind die Konditionen quasi in Stein gemeißelt, ne, wie sie im Video sind. Aber auf unserer Webseite können wir halt immer up-to-date halten. Deswegen haben wir halt Entwickler eingestellt, wo wir, wo wir solche Dinge halt machen können. Und das sind so die Steps, wie man da hinkommt. Ja, immer eine Person nach der anderen und, ja. Was würdest du sagen, ist so auf dem ganzen Weg der, der wichtigste Posten gewesen, den ihr besetzt habt, wo du auch heute sagen würdest, da darf man als, als Jungunternehmer auf keinen Fall dran sparen? Also, ich würde mich jetzt ungern drauf festlegen, weil ich dann die anderen Posten so ein bisschen weniger, als weniger wichtig dastehen lasse. Das möchte ich jetzt nicht machen. Ich kann dir aber sagen, ein Learning, was wir auf jeden Fall gemacht haben, auf verschiedensten Schritten, also auch damals, als wir noch nicht Vollzeit waren, ist, dass wir häufig zu sehr aufs Geld geschaut haben. Es ist krass, dass man sowas als Finanzkanal sagt, aber dass wir geguckt haben, dass wir Leute eingestellt haben, die noch nicht das Erfahrungsniveau haben, die zwar ein bisschen günstiger sind vom Gehalt, wo dann die Gehaltsprogression noch nicht so weit ist, die aber noch nicht genug Erfahrung haben. Und ich glaube, das ist jetzt so eines der Kern-Learnings, wo wir gesagt haben, wir brauchen mehr, man nennt sie so schön Seniors, ja, also Leute, die schon mal zehn Jahre Berufserfahrung in einem gewissen Bereich haben. Das ist, glaube ich, so ein Fehler, den wir gemacht haben. Ansonsten Rollen, die wichtig sind, sind in der Regel die Rollen oder die Jobs, die uns als Gründer entlasten. Also beispielsweise, wenn du zum Beispiel drei oder vier Redakteure hast, dann ist es wichtig, dass du da jemanden drüber setzt, der die managt, der das kontrolliert. Also ich habe zum Beispiel, es gab so eine Phase, wo ich quasi den ganzen Tag nur Texte geproofreaded habe. Gewas? Geproofreaded, also geprüft. Also ich kriege quasi den Text, acht Seiten, zwölf Seiten Dokument oder so, gehe dann durch. Und ich meine, mit meinem Blick fallen mir dann immer wieder so Ungereimtheiten auf, wo man sagt, das würde ich so jetzt nicht sagen. Also im Finanzbereich ist es ja sehr nuanciert. Und dann habe ich den ganzen Tag damit verbracht, da hunderte Kommentare reinzuhauen. Und da ist es halt wichtig, dass man sich dann überlegt, okay, wo verbringe ich sehr viel Zeit drauf und wo kann das jemand besser machen als ich und mich entlasten, sodass ich wieder auf andere Sachen machen kann, wie mich bei Libra auf die Couch setzen oder so. Zum Beispiel. Ja, ich habe da großen Respekt vor, weil du letztendlich ja jetzt diesen Punkt erreicht hast, dass du sehr viel von dem Inhaltlichen auch an dein Team abgibst. Und das würde mich natürlich auch brennend interessieren, mal so einen Blick hinter die Kulissen zu kriegen. Wie merkst du dir das alles? Liest du das Ganze ab? Hast du einen Teleprompter? Wie läuft das technisch ab? Weil du natürlich, man sieht, da sind Cuts in den Videos. Also ich sehe das, weiß nicht, ob der Zuschauer das sieht. Aber das sind teilweise richtig komplexe Sätze und Zusammenhänge, die müssen korrekt sein. Ja, also ich meine, man muss sagen, ich meine, ich habe ein bisschen den Background dafür. Ich habe das fünf Jahre lang studiert. Ich habe immer, sobald ich die Wahl, also ich habe BWL studiert, aber mit dem Schwerpunkt Finance. Ich habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Ich habe im Strukturvertrieb gearbeitet. Ich habe mir wirklich immer nicht für alle Themen interessiert. Und irgendwann hast du halt so ein bisschen die Denkmuster oder du kannst Dinge halt in den Zusammenhang setzen. Es gibt halt so gewisse Dinge, das weiß man halt einfach. Zum Beispiel Risiko und Rendite gehören zusammen. Also wenn dir jemand sagt, du kannst hier 20 Prozent pro Jahr machen, dann klingelt halt bei mir eine Glocke. Und dann weiß ich halt, okay, wo ist der Haken, weißt du? Also vielleicht kann man diese 20 Prozent machen, aber unter welchem Risiko? Und das hast du halt irgendwann drauf. Also das ist so komplex, ist das eigentlich gar nicht. Und dann, klar, ich meine, die Skripte, die schreiben wir. Das gibt es mehrere, also zum Beispiel mit Markus, den du auch kennengelernt hast auf dem Event. Der macht sehr viele Skripte und ich setze mich da mit ihm zusammen. Wir haben dann mehrere Ping-Pong-Runden, wo ich dann meine Dinge ergänze. Also ein Brainstorming, der macht dann eine Struktur. Dann gebe ich da meinen Senf dazu. Dann am Ende des Skriptes mache ich auch nochmal Kommentare rein. Dann ergänzen wir das und so weiter. Fact-Checking, klar. Und nichtsdestotrotz haben wir auch Fehler in unseren Videos. Also es kommt auch vor. Was macht ihr dann? Dann korrigieren wir das entweder unten drin. Häufig merken wir es schon im Cut, dann gibt es halt kleine, ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten mit Zahlen. Würde man jetzt gar nicht denken, aber wenn ich Zahlen vorlese oder so, habe ich dann Zahlendreher drin. So oft. Und dann merkt der Cutter das halt und sagt, hier kannst du es nochmal einsprechen und synchronisieren wir es nach oder so. Also es ist nicht first take perfect. Das ist schon weit davon entfernt. Oder wenn es halt wirklich so ist, dass halt inhaltliche Fehler sind, dann müssen wir halt einen PIN-Comment dran machen oder sowas. Oder im Notfall auch ein Video down nehmen. Das haben wir aber, glaube ich, noch nie gemacht. Doch, ein einziges Mal haben wir ein Video down genommen. Wenn zu viele Fehler down sind. Das war nicht ein Fehler, das war ein zu kontroverses Thema. Da haben wir aber immer ein Interview gehabt, der sich über den Mietpreisspiegel in Deutschland geäußert, über den Mietpreisbremsen in Berlin geäußert hat. Und das hat ein bisschen zu viel Gegenwind gegeben. Und da ist uns aufgefallen, dass das zu einseitig war. Da haben wir gesagt, da wollen wir nicht für stehen. Das haben wir dann wieder offline genommen. Okay, aber das ist dann auch wichtig. Also so ein Fehler, sich dann einzugestehen, finde ich persönlich wichtig. Bei mir sind auch einige Videos, also es sind auch nicht viele, aber ein paar Videos sind auch offline. Ich habe ja gerade auf meinem anderen Kanal auch sehr viele soziale Geschichten, wo Menschen auch ihr persönliches Denken teilen. Und das war vor vier Jahren, glaube ich, da hatte ich eine junge Frau zu Gast, die selber aus einer Familie kam, die Scientology-Befürworter waren. Oder die Eltern waren drin. Die Tochter war ausgestiegen, aber hatte selber, glaube ich, jetzt im Nachhinein, weil ich wusste einfach selber viel zu wenig Bescheid und wollte mich von ihr so ein bisschen aufklären lassen. Sie hatte nicht diesen Abstand zu dieser Religionsgemeinschaft, muss ich sagen. Es ist offiziell eine Religionsgemeinschaft, auch wenn viele Leute sagen würden, es gibt sektenähnliche Züge. Da muss man mit der Formulierung aufpassen. Aber offiziell ist das Video ja auch da. Richtig. Ja, doch. Und es wurde leider nicht klar genug. Und das haben mir zum Glück die Zuschauer in den Kommentaren dann recht schnell auch mitgeteilt. Wir haben es als Team einfach nicht klar genug gesehen. Also sie hat es als zu positiv dargestellt. Zu positiv dargestellt. Auf jeden Fall klar, dieses Video, so wie es da steht, ist nicht dienlich für die Sache, die eigentlich, weil ich hatte eine andere Intention. Ich wollte unvoreingenommen da reingehen, aber das hat in dem Fall nicht gepasst. Und dann ist es, glaube ich, eine halbe Stunde später offline gewesen, das Video. Und wir haben im Zuge dessen dann entschieden, auch in der Zukunft, ich hatte dann in meiner Fernsehsendung, anderen Aussteiger aus so einer Gemeinschaft zu Gast und hier auf meinem Lira-Witz-Wissen-Kanal dann auch nochmal einige, um dieses Thema so ein bisschen runder zu machen, so wie es auch, glaube ich, das reale Bild dann am Ende sein sollte. Ja, und es ist wichtig, dass man, wenn so ein Fehler passiert, dann dazu auch steht und das Ganze für den Zuschauer auch transparent aufbereitet. Wir haben auch super viele Learnings gezogen. Also zum Beispiel haben wir uns auch manchmal so Anlageklassen angeguckt, die sehr Niche sind. Also so kleine Anlageklassen, was man nicht so kennt. Ich weiß nicht, ob dir P2P-Kredite was sagt, P2P. Im Endeffekt investierst du dann quasi in Konsumkrediten, meistens in der Region Osteuropa, wo Menschen sich halt so ziemlich hohen Zinssätzen halt privat verschulden, sogenannte Payday-Loans und die gegenfinanzierst du dann. Also du investierst quasi in diese Kredite, wenn du so willst. Das sind dann solche Plattformen, wo es dann halt keine Bank gibt, sondern du stellst das Geld zur Verfügung, andere kriegen dafür einen Kredit. Das ist jetzt genauso so ein Punkt. Es klingt so logisch, was du sagst. Ich als YouTube-Zuschauer würde jetzt, um das zu verstehen, würde ich sagen, okay, zweimal die Skip-Back-Taste, zweimal drücken 20 Sekunden, vielleicht auch ein bisschen langsamer stellen und dann nochmal verstehen, was Thomas gerade gesagt hat. Aber das kann die Zuschauer tun. Also du brauchst, okay, machen wir nur mal einen leichteren Case, oder nochmal langsamer. Dann, du kriegst in 10 Tagen dein Gehalt, hast aber jetzt nichts mehr auf dem Konto. Dann kannst du auf eine Plattform gehen und dir dein Gehalt schon mal vorfinanzieren und sagen, mach mal 1000 Euro locker, ich brauche das Geld jetzt, weil ich muss Miete bezahlen, Einkaufen gehen, was auch immer. Ich kann nicht warten. Für diesen kurzen Zeitraum zahlst du sehr hohe Zinsen. Also eigentlich wenig Zinsen, du nimmst dir 1000 Euro und musst dann, sagen wir mal, 1050 Euro zurückbezahlen. Oder sagen wir mal 1100. Das wären aber trotzdem 10%. Das ist ja enorm. Und vor allem, es sind halt 10% Zinsen auf eine ziemlich kurze Laufzeit. Also auf, keine Ahnung, sagen wir mal 10 Tage. Wenn du das aber mal hochrechnest auf ein ganzes Jahr, weil Zinsen werden ja immer jährlich betrachtet, dann kommst du auf mehrere 100%, die das sind. Und in sowas kannst du halt investieren oder kannst du auch heute noch investieren, sodass es nicht eine Bank ist, die dir die 1000 Euro gibt, sondern ich gebe sie dir über eine Plattform. Ich gebe sie dir nicht direkt. Und die Plattform nimmt sich dann einen Teil von diesen 100 Euro, die du an Zinsen bezahlen musst. Und der andere Teil kommt mir als Investor dann zugute. Das ist ein absolutes Nischenthema. Aber es existiert halt. Und wir haben halt Videos dazu produziert, wo wir halt gezeigt haben, wie sowas funktioniert. Aufgeklärt haben, was die Risiken sind. Immer gesagt haben, investier da niemals mehr als großes, großes Maximum 10% deines Vermögens rein. Weil das ist risikobehaftet. Also wenn du dein Geld verleihst, dann kann es auch sein, dass du die Person gar nicht zurückzahlen kannst. Dann kriegst du nicht 1100 zurück, sondern null. Oder halt das, was man noch... Und viel Spaß im Insolvenzverfahren irgendwo in Osteuropa umzusetzen. Da hast du keinen Bock drauf. Keine Chance. Das sind nicht dieselben Strukturen. Naja, also auf jeden Fall risikobehaftet. Und dann haben wir darüber aufgeklärt. Und kriegen dann Mails von Leuten, die da 80, 90% ihres Gesamtvermögens rein investiert haben. Meine Altersvorsorge ist jetzt in diesen P2P-Krediten. Und daraus haben wir dann halt gelernt. Und haben uns gesagt, wir müssen da vorsichtig sein. Es bringt nichts, wenn wir nur einen Risiko-Disclaimer machen, sondern wir müssen davon ausgehen, dass wenn wir ein Thema ansprechen, dass es dann immer einige Leute geben wird, die die Ohren zumachen, wenn es um die Risiken geht, voll da reingehen, sich eventuell eine blutige Nase holen und dann sagen, voll der Scheiß, was hier erzählt wird. Aber was machst du denn dann? Weil, wenn du sagst, dass es riskant ist. Also klar, es gibt andere Beispiele. Du kannst natürlich jetzt schlecht Glücksspiel bewerben und dann währenddessen sagen, ey Freunde, aber mach das nicht nach. Super Beispiel, ja. Da weißt du ganz deutlich, dass es aber Quatsch ist. Also es ist grundsätzlich Quatsch. Und jetzt in diese Kredite da zu investieren, das ist ja nicht grundsätzlich falsch. Das kann man machen, wenn man risikofreudig ist und das mit einem kleinen Teil seines Vermögens machen möchte. Das ist eine freie Entscheidung. Und es ist jetzt nicht per se dumm, das zu tun. Anders als in Glücksspiel zu investieren. Also, weißt du, mich würde interessieren, wie... Wie macht man da die Abgrenzung? Genau, wie grenzt ihr da ab? Sagt ihr dann, okay, wir klären zu diesem Thema dann grundsätzlich nicht auf, weil es Menschen gibt, die auf diesem Weg verloren gehen und ihr gesamtes Geld dann in den Sand setzen? Oder sagt ihr, okay, wir machen den Disclaimer noch viel größer und reden das ganze Video über die Risiken und erst am Ende über die Vorteile? Also eher der zweite Weg, ne? Also, dass wir dann nochmal... Weil im Endeffekt, wir wollen ja auch nicht zensieren, wollen halt nicht so machen, als gäbe es gewisse Sachen nicht. Das wäre auch falsch, weil dann fallen die... Dann kommen die Leute doch irgendwie drauf und wollen sich dann auf einer seriösen Quelle dazu informieren und wir sind dann halt nicht da, ne? Das ist halt nicht gut. Was wir allerdings, wo man halt ein bisschen darauf achten muss, ist, dass wir jetzt eine viel größere Reichweite haben als früher. Früher konnten wir sowas machen, da gab es dann eine kleine Community, die dort angelegt haben. Mittlerweile würde ich mal behaupten, haben wir eine Reichweite, wenn wir sowas machen würden oder kleinere Plattformen hervorheben würden oder so, dann würden die eine Geldflut erleben, die die eventuell nicht gehandelt kriegen, die einen Effekt haben können, weißt du? Wenn wir zum Beispiel sagen, in diesen oder jenen ETF investieren, das sind ETFs, da sind Multimilliarden drin, da spielt das gar keine Rolle, wenn wir da was zu sagen würden. Selbst wenn wir sagen würden, das ist voll der Schrott und alle ziehen ihr Geld ab, das würde gar keinen Effekt haben. Aber in so kleinen Nischenmärkten muss man halt aufpassen. Deswegen, das ist auch so Probleme, die zum Beispiel große erfolgreiche Investmentfonds haben. Also Investmentfonds sind ja so quasi so ein Sammelbecken, wo Aktien drin sind, also da kannst du quasi dein Geld reinstecken und die, da gibt es einen Manager, der investiert das Geld dann halt für dich. Und die können dann auch mal das Problem haben, dass wenn sie zu erfolgreich werden, dass sie dann zu viel Geld zur Verfügung haben, was sie investieren müssen und damit Aktienkurse bewegen können. Und ja, da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Also ich kann dir da jetzt nicht genau das Geheimrezept sagen, wie wir das machen, aber es ist auf jeden Fall eine Abwägungsfrage, die wir immer wieder mit reinbringen müssen. Bestes Beispiel Krypto. Also ich meine, jetzt interessiert sich niemand für Krypto gerade. Also zeitlicher Kontext, FTX ist gerade explodiert. Ja, also zumindest, also ich glaube, dieses Video wird recht zeitnah online gehen. Trotzdem jetzt gerade ist da ein riesen Platzhirsch in dieser Szene. Das ist einfach... Zweitgrößte Kryptobörse. 10 Milliarden weg. 10 Milliarden. Also 10 Milliarden Loch, Finanzierungsloch. Und ja, also, aber du kannst es nicht ignorieren, weil jeder redet über Krypto, jeder will das haben. Und wir haben natürlich auch Krypto-Videos produziert, haben auch den Leuten gesagt, also unser Credo war immer gewesen, not your keys, not your coins. Das ist so das Bitcoin-Credo überhaupt. Was so viel bedeutet wie, wenn du deine Kryptos kaufst, lass sie nicht auf einer Krypto-Börse liegen. Da kann, die sind unreguliert. Das bedeutet, da kann morgen, rein theoretisch, kann da morgen einer die Kohle nehmen und weg sein. Das ist nämlich genau das, was bei FTX passiert ist. Die hatten Kundeneinlagen, mit denen sie selbst gezockt haben. Das ist wie, wenn du dein Geld bei mir anlegst und ich nehme Leroy's Kohle und zocke damit an der Börse. Und ups, hab mich verzockt. Ja, scheiße. Willst du dein Geld zurückhaben? Schwierig, ich hab's gerade nicht. Weißt du? Und sowas geht natürlich in Banken, also in unserem regulierten Finanzsystem geht es nicht. Also Banken dürfen nicht mit Kundeneinlagen zocken. Das ist ganz klar. Und da gibt es auch alle möglichen Sicherheitsmechanismen, die dafür sorgen, dass es nicht passiert. Das heißt nicht, dass es keine Scams gibt. Die gibt es im Kryptomarkt, aber eben noch nicht. Genau, die gibt es im Kryptomarkt nicht. Also FTX ansässig in den Bahamas. Die hatten eine Filiale in den USA, da war das nochmal ein bisschen regulierter. Aber wir hier aus Deutschland, wenn wir auf FTX gekauft haben, lief das über die Firma in den Bahamas. Und ich hab mir einen Teil aus dem Insolvenzbericht angeguckt, in den USA. Da sind Dinge passiert. Das ist haarsträubend. Da wurden Reisekostenabrechnungen per Slack-Message. Ich hab gesagt, ey, lieber, ich bin gerade in Köln gewesen, 120 Euro Hotel und 80 Euro Zug, erstatte mal bitte. Machst du ein Emote dran, und dann wurde das Geld überwiesen. Da musst du keine Belege oder sowas. Es gab keine Board-Meetings. Also es gab quasi keine offiziellen Meetings mit Protokoll, wo die Chefs zusammengesessen haben. Also ganz abstruse Sachen, die da passiert sind. Hast du selber Geld verloren? Ich hatte 160 Euro drauf. Also ist okay. Das war so ein kleiner Test-Account. Und was wir dann immer educated haben, ist, Leute, lasst die Kohl, kauft eure Kryptos, kauft die auf einer Kryptobörse, aber egal, welche Börse es ist, verwahrt die selbst. Man kann die nämlich auf den Stick ziehen, man kann die sich runterziehen. Oder eine Software-Wallet auf dem Handy und so weiter. Dann hat man sie selber und der Marketplace kann darauf nicht zugreifen. Genau. Und dann kann nämlich niemand damit wegrennen. Bei einer Bank geht das nicht. Du kannst deine Aktien nicht selbst verwahren. Das ist unmöglich. Du kannst sie nicht selbst in den Tresor legen oder so. Da gibt es aber alle möglichen Mechanismen von Leuten, die halt deine Aktien verwahren, wo dann Records stehen, diese Aktie gehört Leroy. Beziehungsweise diese Aktie ist bei diesem Depot. Also bei dieser Depotbank. Und diese Depotbank sagt dann, diese Aktie ist Leroy, diese Aktie ist Nö, Nö, Nö und so weiter. Freunde, ihr merkt, es ist heute deutlich technischer als gewöhnlich. Sorry. Ich finde das super interessant, weil ich mir genau so eine Folge gewünscht habe. Ich werde heute auch noch viele Fragen in dieser Richtung haben. Und wenn ihr da draußen eine Frage habt an Thomas von Finanzfluss und ihr euch denkt, das habe ich auf seinem Kanal noch nie gehört, das muss er jetzt auch mal vielleicht privat aus dem Nähkästchen plaudern, dann schreibt die Frage unten rein, weil ich bin mir sicher, dass wir auch hierzu nochmal eine Fortsetzung gedreht bekommen. Auf der Suche nach meinem eigenen Investmentweg, da habe ich Videos von dir vor vier, fünf Jahren, also aus den Anfangstagen gesehen, mir dann auch ein paar Bücher in diese Richtung gekauft. Und du bist für mich schon sehr prägend gewesen, was den Weg hin zu ETFs angeht. Klingt für viele trotzdem erstmal ganz fremd und kompliziert. Kannst du mir erklären, warum du immer wieder für ETFs wirbst, was das genau ist und ob du da jetzt irgendwie extra Geld für kriegst, dass du dir immer vorstellst? Es gibt ein schönes Meme, kann ich dir mal schicken später, es gibt doch so einen Typ, so ganz entspannt auf so einem Berg Geld liegt, weißt du, kennst du das? Und da stand drüber, ETF-Anbieter, nachdem sie Thomas von Finanzfluss erfunden haben. Weißt du, das muss dich freuen, du in der ETF-Branche schicken. Nein, also wir werden so super häufig in diese ETF-Richtung gestellt, so nach dem Motto, wir machen nur ETFs oder so. Also uns geht es um Finanzbildung insgesamt, also das ist schon mal ganz wichtig. Es gibt auch Leute, die in Einzelaktien investieren, die in andere Anlageklassen investieren, die sollen sich bei uns genauso wohlfühlen, nur ETFs ist halt der Teil, wo ich von meinem Vermögen mehr als 80, 90 Prozent reinstecke. Und das hat halt Gründe. Vielleicht soll ich kurz das Produkt erklären, also damit man wenigstens weiß, was dahinter steckt. Ja, also es sind ja, irgendwie sind das ja Fonds, aber Fonds sind ja, das ist doch das, was immer Pleite geht, wo irgendein Manager dahinter steht, der dann das Geld verzockt. Ja, also ein Fonds ist, im Endeffekt kannst du dir das vorstellen wie so ein Topf. Super viele Investoren gehen dahin, stecken ihr Geld dort rein. Ich, du, jeder, der will. Genau. Und dieses Geld wird dann angelegt in vorher festgelegte Anlageklassen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Aktienfonds haben, dann wird Geld eingesammelt, das sind ein paar Millionen Euro und dann gibt es einen Fondsmanager, der entscheidet, ich kaufe diese Aktie, ich kaufe diese Aktie, die Aktie kaufe ich nicht, aber ich kaufe diese Aktie und so weiter. Und der investiert dann das Geld. Der Vorteil bei ETFs ist halt, dass die sogenannte passive Fonds sind. Das bedeutet, die bilden einfach nur einen sogenannten Index nach. Ein Index ist sowas wie der DAX, das kennt jeder. Das ist also quasi so eine Art Börsenbarometer, wo du halt die 40 größten Aktiengesellschaften Deutschlands drin hast. Und ein ETF würde im Endeffekt nichts anderes machen, als genau die 40 kaufen, die im DAX drin sind. Der macht sich keine Gedanken darüber, welche Aktien sind da besonders gut da drin, welche sind besonders schlecht. Das, was ein aktiver Fondsmanager machen würde. Und die Krux an der Sache ist halt, damit werde ich immer genauso gut laufen, wie diese Börsenbarometer, was man häufig auch als Markt bezeichnet. Also man sagt ja, es gibt ja immer so diesen Ausdruck, der Markt, der Markt, der Markt, der Markt ist im Endeffekt nichts anderes, als die Summe aller Aktien, die dort gehandelt werden. Okay, das heißt, du setzt mit einem ETF einfach grundsätzlich erstmal auf alles, was jetzt, wenn man den DAX nimmt, den DAX ETF, dann setzt du, wenn du in diesen ETF investierst, auf alle diese Aktien, die in dem DAX drin sind und gehst davon aus, dass wenn der gesamte DAX über die letzten 20, 30 Jahre sich gut verhalten hat, dass er das wahrscheinlich in Zukunft auch tun wird. Genau. Also was dich interessiert, also dein Ansatz, wenn du sagst, du guckst dir verschiedene Anlageklassen an, kannst zum Beispiel sagen, man kann in Immobilien investieren, in diese P2P-Kredite, die ich eben angesprochen habe, Krypto und was es alles gibt. Und dann gibt es noch die Anlageklassen Aktien. Viele Leute denken, Aktien sind riskant. Kurzfristig sind Aktien mega riskant. Aktien sind nicht prognostizierbar. Wenn ich heute eine Aktie kaufe, weiß ich nicht, ob die morgen höher oder tiefer steht. Das kann dir niemand sagen, seriös. Aber wieso? Also ich kann ja sagen, Telekom war ja gerade so zur Jahrtausendwende, war das ja ganz groß. Ich kaufe die Telekom-Aktie und die wird mit Sicherheit steigen, weil alle sagen das, alle kaufen die gerade und die Telekom ist krass. Es gibt die Telekom ja immer noch. Warum ist es so riskant? Es ist nicht prognostizierbar, weil Aktienkurse sich aus Angebot und Nachfrage ergeben und du nicht weißt, wer morgen verkaufen will, aus welchen Motivationsgründen er verkaufen will. Du weißt nicht, wer kauft und so weiter. Du kannst zum Beispiel finanzielle Probleme haben und musst deswegen deine Aktie verkaufen. Das kann für Druck sorgen auf dem Markt, also dass es quasi einen sogenannten Verkaufsdruck gibt, also dass es viele Leute gibt, die verkaufen wollen. Dann werden die Käufer sagen, wenn viele Leute verkaufen wollen, dann hätte ich das Ding gerne ein bisschen günstiger und wenn du es ein bisschen günstiger haben willst, sinkt der Börsenkurs. Deswegen lassen sich Börsenkurse kurzfristig einfach nicht prognostizieren, weil am Unternehmen, am Basisunternehmen ändert sich nichts. Also die Telekom heute ist genau dieselbe Telekom wie die Telekom morgen. Da gibt es gewisse Events, die ändern das so ein bisschen, wenn zum Beispiel Quartalszahlen und so Geschäftszahlen veröffentlicht werden, das ist wieder was anderes, aber an sich bleibt das Unternehmen erstmal gleich. Und deswegen sind Aktien kurzfristig nicht prognostizierbar. Damit muss man sich abfinden. Langfristig sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und jetzt spreche ich von der Anlageklasse Aktien, also alle Aktien der Welt zusammen. Wo gibt es die? Also bleiben wir erstmal in der Theorie. Also wir machen jetzt erstmal so, wir könnten auf einmal alle Aktien der Welt kaufen. Also nicht nur eine Telekom, sondern wir kaufen alle auf einmal. Alle, alle. Genau, das ist wie wenn du dir den Immobiliensektor anguckst, dann schaust du dir nicht eine Immobilie an, weil die kann ja eine andere Wertentwicklung haben als der gesamte Immobilienmarkt hier in Köln zum Beispiel. Genau, es gibt vielleicht eine ganz noble oder eine ganz kaputte, aber du sagst, okay, erstmal alle, alle Aktien. Genau. Und die haben langfristig, also wenn du dir das langfristig anschaust, seit es Aktienmärkte gibt, und Aktienmärkte gibt es schon seit ziemlich langem, immer einen positiven Trend gehabt, also eine positive Wertsteigerung. Dann wirst du vielleicht dagegenhalten und sagen, ja, Moment, es gab doch Finanzkrisen, es gab Finanzkrise 2007, 2008, es gab den Corona-Crash, es gab 2000er. So viele Leute pleitegegangen. Genau, super, super, super viele Crashs gibt es immer. Aber langfristig wackeln die Kurse halt so, haben aber einen langfristig positiven Trend. Und wenn ich von langfristig rede, heißt das, wenn du mindestens 15 Jahre investiert bist. Also wir reden jetzt nicht von 5 Jahren oder so, was für auch die Community hier sehr wahrscheinlich schon sehr lange Zeiträume sind, auch für mich, wenn ich überlege, wo ich vor 5 Jahren stand. Aber am Aktienmarkt sind 5 Jahre nicht so viel. Also du musst da wirklich langfristig in alle Aktien investieren. Und das ist halt wichtig zu unterscheiden zwischen einer einzelnen Aktie. Eine Telekom-Aktie kann sich, kann rein theoretisch pleite gehen. Das haben wir bei der Wirecard gesehen. Da gibt es ganz viele Beispiele von Unternehmen, die pleite gegangen sind. Da hast du dein Geld komplett verloren. Oder die gehen halt runter, 30% und erholen sich auch nicht mehr, weil es das Unternehmen, weil das Unternehmen einfach schlecht ist. Aber wenn es heißt, Aktien steigen langfristig, dann ist immer die Anlageklasse Aktien gemeint. Also die Gruppe von verschiedenen Aktien. Weil manche werden runtergehen, manche werden hochgehen und in der Summe ist der Trend aber positiv. Okay. Das ist, glaube ich, sehr verständlich geworden. Und die ETFs haben ja genau diesen Ansatz, dass sie ein Preisespektrum abbilden. Da gibt es natürlich auch welche, wo man vorsichtig sein muss, wenn man sich nämlich mit einem ETF wieder in eine Branchen-Nische begibt. Es gibt zum Beispiel Cannabis-ETFs. Es gibt alles. So, wo du natürlich gerade das Gefühl hast, ich war letzte Woche in New York und es ist wirklich Wahnsinn. An jeder Ecke wird dort gekifft, weil es dort legal ist. Ich glaube gar nicht, dass es unfassbar viel mehr Kifferei ist, aber es ist halt öffentlich. Und es gibt richtige Shops und du wirst auf der Straße mal angequatscht. So hier, willst du was? Also alles reguliert. Und ich glaube, für die Steuern dort total gut. Unsere Regierung will das jetzt auch umsetzen in Zukunft. Wann, wo wird es legal? Wann, wo wird es egal? Christian Lindner wird auch noch ein Thema sein. Und ja, der Investor-Blick darauf kann natürlich dahindeuten, dass du sagst, ich möchte dann einfach jetzt so einen Cannabis-ETF da rein investieren, weil das wird ja auf jeden Fall boomen. Die sind aber dann wahrscheinlich die, die so ein bisschen unsicherer sind im Vergleich zu denen, die du vorher genannt hast. Es gibt welche, die bilden diesen gesamten Weltmarkt ab. in Form von so einem, das heißt dann, habe ich bei dir gelernt, MSCI World, da sind dann die größten Unternehmen der ganzen Welt irgendwie drin. Und mit so einem Index fährt man dann vergleichsweise sicherer. Du kommst heute mit den ganz harten Fragen oder den ganz tricky Question, aber finde ich gut. Gut, also das Beispiel, was wir eben gebracht haben, der DAX ist ein Beispiel für einen schlechten ETF oder eine schlechte Wette, die du machen sollst. Wir haben das jetzt nur, ich habe das jetzt nur mal plakativ gebracht, weil jeder den DAX kennt. An sich hat der aber eine schlechte, Achtung, Fachbegriff, Diversifikation. Das heißt, er ist schlecht gestreut. Da sind in Anführungszeichen nur 40 Firmen drin. Und die sind alle in Deutschland. Da kann es passieren, dass wir zum Beispiel in Deutschland weniger gut laufen von der Wirtschaft her als andere Länder. Deswegen macht es halt Sinn, so weltweit zu streuen. Aber Deutschland ist doch ein tolles Land mit einer tollen Wirtschaft, starke Unternehmen, Autoindustrie. Und trotzdem sagst du, weltweit zu schauen ist in dem Fall ein Klömer. Du hast den sogenannten Homebuyers. Das haben halt viele Investoren. Du sitzt in Deutschland, du siehst, was hier alles so toll läuft. Du siehst, dass wir einen tollen Lebensstandard haben, dass wir eine boomende Automobilindustrie haben, dass wir weltweit exportieren und so weiter. Das stimmt ja auch alles. Aber könntest du mir jetzt aus dem Stillgreif sagen, wer in Zukunft besser laufen wird? Deutschland oder Vietnam? Oder Deutschland oder Frankreich? Oder Deutschland oder USA? Ich würde jetzt aus dem Bauch wahrscheinlich immer wieder auf Deutschland tippen, aber das ist genau das, was du... Also in der Vergangenheit ist USA x-mal besser gelaufen. Ja, schau. Und ich denke mir, aus dem Bauch, ich sage aus dem Bauch heraus, ja, aber die haben vielleicht einen verrückten Präsidenten und da geht es ja mal auch auf und ab. Und wir hatten dann mal zur Korruption. Ach, die hätte ich total abgeschlagen bewertet. Und dennoch gibt es dann in den USA natürlich haufenweise riesige Unternehmen, die den Weltmarkt regieren und die wahrscheinlich niemals verschwinden werden können. Und selbst wenn die verschwinden, werden sie von einem der anderen Großen geschluckt werden. Also deshalb, sagst du, ist es für so einen Weltmarkt-ETF wahrscheinlich am sinnvollsten und man muss aber 15 Jahre grob einplanen, um die ersten großen Gewinne daraus zu erzielen. Nee, das nicht. Aber also, um die Gewinne zu haben, musst du nicht 15 Jahre warten. Aber vielleicht noch mal ganz kleinen Schritt zurück. Also die Idee von, also wie ich persönlich investiere und das ist auch das, was aus der Wissenschaft rauskommt, ist prognosefreies Investieren. Das bedeutet, du machst keine Prognose, wer besser laufen wird, Deutschland oder USA. Weil wenn du sagst, ich investiere in Deutschland, heißt das implizit, dass du denkst, dass Deutschland besser laufen wird als alle anderen Märkte. Sonst würdest du nämlich in andere Märkte investieren. Warum, wenn du der Überzeugung bist, dass der brasilianische Markt ein größeres Wachstum hat als der deutsche Markt, warum solltest du dann so blöd in Anführungszeichen sein, auf die Extra-Rendite zu verzichten, die du ja in Brasilien machen könntest. Klar. Und von diesen Prognosen kannst du dich eigentlich komplett verabschieden und sagen, ich glaube an den weltweit wachsenden Aktienmarkt. Die Rendite hätte ich gerne von allen Aktien, die weltweit wachsen. Ob da jetzt Deutschland besser laufen wird als ein anderes Land, ob Cannabis besser laufen wird als Automobil, ob Immobilien besser laufen wird als so und so, ist mir völlig egal. Und ob da jetzt Trump vorne steht oder jemand anderes vorne steht. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass es egal ist, wer uns regiert politisch. Man muss sich schon politisch engagieren. Aber beim Investmentansatz sollte das keine Rolle spielen. Und ich meine, solche Dinge werden vom Markt antizipiert und sind da quasi mit drin. Also das ist schon mal das Wichtigste. Und jetzt vielleicht noch mal zum Thema Rendite. Wenn du 15 Jahre lang in diesen Index, den du genannt hast, MSCI World, aber es gibt da auch andere, weil das ist so eine Marke, ich will jetzt nicht eine Marke daher vorkommen lassen, aber das ist so das bekannteste und größte. Wenn du 15 Jahre in den letzten 50, also was wir gemacht haben, wir haben eine Analyse gemacht, wir haben uns die letzten 50 Jahre MSCI World angeschaut und haben verschiedene Laufzeiten geguckt. Ja, also zum Beispiel ein 5-Jahres-Fenster. Bei 50 Jahren hast du, ich glaube, 45 5-Jahres-Fenster. Also am Anfang, dann ein Jahr weiter und so weiter, wo du 5 Jahre hast investieren können. Da gab es ein paar 5-Jahres-Fenster, die haben eine positive Rendite gehabt, da bist du also mit Gewinn rausgegangen. Es gab aber auch ein paar, da hast du eine Negativ-Rendite gemacht. Also du hast 5 Jahre lang investiert und dein Geld ist am Ende weniger wert, als was du reingesteckt hast. Dasselbe haben wir dann für 8, 7, 9 Jahres-Portfolios gemacht und auch für 10-Jahres-Portfolios, also 10-Jahres-Zeiträume angeguckt und da gab es viel weniger. Also da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass du positiv endest, also dass du halt Gewinne gemacht hast und es gibt aber immer noch die Möglichkeit, dass es einige 10-Jahres-Abstände gab. Wenn du da investiert gewesen wärst, hättest du trotzdem Verluste gemacht und da hast du keinen Bock drauf. Dieses Risiko geht es zu minimieren und wenn du dir 15-Jahres-Fenster anschaust, dann gab es nicht ein einziges 5-Jahres-Zeitraum in den letzten 50 Jahren, wo du mit einer negativen Rendite da gestanden hast, also wo du Geld verloren hast. Okay. Und deswegen ist es so wichtig, weil wenn du langfristig anlegst, geht die Chance, je längerfristig du anlegst, desto geringer wird die Chance, dass du eine Negativ-Rendite machst. Es kann aber auch sein, dass du nur ein Jahr anlegst und nach einem Jahr schon ein fettes Plus drauf hast. Wie alle Anleger, die jetzt Ende 2020 nach dem Corona-Crash eingestiegen sind, die haben erstmal fette Gewinne gehabt, haben jetzt erstmal mäßige Verluste, sagen wir mal, aber dann werden auch wieder die fetten Gewinne kommen. Ich bin mal so frech. Ich schaue mal gerade mit dir zusammen in das rein, weil ich habe meinen eigenen ETF, einen habe ich hier Anfang des Jahres gestartet. Anfang diesen Jahres? Anfang diesen Jahres. Einmalig gekauft oder monatlich? Monatlich. Okay. Könnte dann wieder ein Plus sein. Ja, also bei mir muss ich ehrlich gestehen, Ah, leichte Minus. 7,5 Prozent. Steht ein ordentliches Minus und dementsprechend auch eine vierstellige Verlustzahl. Warum sollte ich das jetzt nicht einfach auflösen? Weil ich habe jetzt hier schon mehr als 1.000 Euro verloren. Wieso sollte ich das jetzt nicht einfach auflösen? Also verloren hast du dir noch nicht. Die würdest du erst dann verlieren, wenn du verkaufst. Weil die Wahrscheinlichkeit besteht ja, also es gibt ja die Möglichkeit, dass es wieder weiter nach oben geht. Was hast du hier? Ah, okay, du hast ein MSCI World. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist gut, wenn du jetzt ein bisschen rauszoomst hier auf das 5-Jahres-Window, dann sieht es schon wieder ein bisschen positiver aus. Also hättest du dir jetzt in 5 Jahren investiert, wärst du bei plus 36 Prozent. Okay. Also es macht, also es macht gar keinen Sinn, auf den Moment zu schauen, sondern du musst wirklich sagen, ich investiere dieses Geld jetzt langfristig. Und wenn du es nicht langfristig investiert hast, solltest du es gar nicht investieren. Also wenn du nicht diese 15 Jahre mindestens Zeit hast, ich meine, wir sind alle jung, alle Zuschauer sind jung, es geht ja hier darum, sich ein kleines Vermögen aufzubauen, mindestens mal für die Rente, vielleicht sogar ein bisschen früher in Rente zu gehen, vielleicht sogar, um dir ein kleines Vermögen aufzubauen, einfach weil du dann viel mehr Peace of Mind hast. Die Schwierigkeit ist aber, das ist auch psychologisch bedingt, dass wir als Menschen einen, so einen fernen Zeithorizont kaum umwandeln können gedanklich. Also das ist so fiktiv, dass wir uns selber auch, das ist im Gesundheitsbereich zum Beispiel ganz schwierig. Jemand, der jetzt heute raucht, der kann sich sich selber als alten Menschen kaum vorstellen und keine Emotionen für diese, das bin ja ich in 40 Jahren. Akute versus latente Gefahren. Genau, du kannst dich nicht für diese Person, also obwohl du das selber bist, emotional, ja, weiß ich nicht, sensibel machen, so du kannst nicht sagen, okay, das ist jetzt, das bin, werde ich sein und ich spüre diesen Schmerz, als wäre das heute. Wenn ich mir heute vorstelle, Lungenkrebs zu kriegen, wegen des Rauchens, dann ist das schrecklich. Aber der Person in 40 Jahren, die ich selber sein werde, der traue ich das, ja, das kann ich nicht sagen, auch das tut mir total leid. Und dasselbe sehen wir beim Umweltschutz, da ist es auch sehr schwer, obwohl der Zeithorizont da wirklich nur 10 Jahre beträgt oder eigentlich ist es schon jetzt, aber die großen Katastrophen folgen dann. Und ja, wir Menschen, wir müssen uns gerade da irgendwie versuchen auszutricksen und das geht halt nur rein rational. Das, was du erklärst, funktioniert nur rational, weil emotional tut mir das jetzt gerade sehr weh zu sehen, dass ich da mehr als 1000 Euro dieses Jahr verloren habe, obwohl ich das monatlich da schon reingebe. Und ja, eigentlich muss man sich davon trennen. Ich weiß natürlich, warum ich es getan habe und ich habe mich genau auf diese 15, 20 und auch 25 Jahre eingestellt mit diesem Investment. Aber es ist, glaube ich, spannend zu hören aus deinem Mund. Jetzt habe ich aber bei dir natürlich auch eine ganz andere Facette kennenlernen dürfen. Und zwar ist das zwar dein Leben, du lebst in Finanzen und dann gibt es aber, das habe ich an deinen Schuhen so ein bisschen... Wie abgeranzt aussehen. Ich wollte mir neue kaufen, ich hatte noch keine Zeit. Mit denen bist du, bist du mit den Schuhen in und wieder mal auf Wanderschaft unterwegs? Du hast einen... Achso, nee, das sind nur meine normalen Straßenschuhe. Aber ich bin sehr outdoor-affin. Du hast den verdammten Kilimanjaro bestiegen. Ja. So, also man würde jetzt... Mit meiner Frau, ja. Ach, ihr zu zweit? Wir haben das so ein bisschen zusammen für uns entdeckt. So outdoor. Ich schlafe super gerne im Zelt. Ganz verrückt, ich habe vorher nie im Zelt geschlafen, als wir uns kennengelernt haben. Wollen wir mal ein bisschen so über mehrere Tage wandern und haben uns dann in... Wir waren tatsächlich in Georgien gewesen und haben dort den Mount Kaspegi bestiegen oder wollten ihn besteigen und sind dann halt in eine kleine Gruppe. Da waren noch ein paar Franzosen mit dabei und der Guide. Und ein Mädel hat dann leider hat es nicht geschafft. Die ist mental ein bisschen zusammengebrochen, wollte dann umkehren und so weiter. Und wir waren 300 Meter vom Peak entfernt. Das war eines der frustrierendsten Erlebnisse, die ich überhaupt hatte. Weil das ist sauhart. Also du bist wirklich so zwei Tage lang, es ist immer kalt, es ist immer feucht, es ist alles mies irgendwie. Du hast manchmal ein bisschen Schwindelgefühle wegen der Höhenluft und dann bist du so kurz vorm greifbaren Ziel und geht nicht. Deswegen haben wir uns gesagt, komm, wir machen ein bisschen was Leichteres und haben uns dann diesen Sommer gesagt, wir machen den Kilimanjaro. Okay. Der ist nicht ganz so hoch. Der ist deutlich höher als der Kaspegi. Warum ist er dann leichter? Weil er nicht sehr technisch ist. Es ist relativ flach. Es geht also relativ flach hoch, aber auf 6000 Meter und das Einzige, und das ist schon eine große Herausforderung, aber die Einzige Herausforderung ist der Sauerstoffmangel, mit dem du kämpfen musst. Also da muss halt dein Körper sich drauf einstellen. Das heißt, du hast durch deine Frau, ihr habt gemeinsam diesen... Ja, das ist so als Passion für uns entdeckt. Auch Segeln, also wir wollen unbedingt segeln lernen. Also mein Traum ist es einmal, oder unser Traum ist es, mal eine Weltumsegelung zu machen. Irgendwann mal. Die ganze Weltreise? Ja, ja. Wenn du mal Zeit hast? Also irgendwann heißt Thomas jetzt mal ein Jahr weg oder so. Okay, das ist auch... Also das habt ihr euch schon so gesetzt? Ja, also ohne zeitlichen Termin. Vielleicht machen wir das auch erst, wenn wir 40 plus sind oder so. Keine Ahnung. Dann habt ihr aber Kinder. Die holen wir mit? Die holen wir mit? Klar. Okay. Warum nicht? Gemeinsame Weltreise. Ja, ich glaube, sowas kann großartig werden. Das ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Deswegen muss man halt sich die Skills aneignen. Deswegen verbringen wir so Ferien damit. Also verstehe ich richtig, ihr wollt eine Weltumsegelung machen? Segelboot kaufen und einmal um die Welt. So auch Atlantik, Pazifik? Ja, ja. Atlantik, Überquerung, Pazifik. Wir waren, also meine Frau hat mal, als ich in der Bank gekündigt habe, also Bank war immer so ein, ich habe eine Investmentbank gearbeitet, da gibt es ja so ein paar Mythen und die stimmen teilweise und teilweise nicht. Aber was halt häufig, also eines der frustrierendsten Punkte für mich dort war, ich habe den Job geliebt, ich will das gar nicht als schlechter stellen. Aber was halt echt ein bisschen nervig war, ist nicht die Arbeitszeiten, die waren intens, aber das war okay, weil ich hatte passionierende Projekte, aber diese Unplanbarkeit. Es war halt wirklich so, du hast abends einen Restauranttermin gehabt mit deinen Freunden und dann kommt dein Boss und sagt, ey, der Kunde und so weiter, sorry, wir müssen heute Nacht und so. Dann weißt du, okay, gut, bin jetzt bis Mitternacht, ein Uhr oder so im Büro und muss seine Kumpels anrufen und sagen, sorry, heute nicht. Und das ist uns zweimal mit dem Urlaub passiert. Wir wollten einmal eine Woche im Libanon machen, Freunde besuchen. Wir wollten einmal mit der Familie Skifahren gehen und es wurde beides gecancelt. Und meine Frau hat halt die Möglichkeit gehabt, sechs Monate in Tahiti zu arbeiten als Ärztin, also französisch-polynesien, also ganz auf der anderen Seite der Welt. Und als ich dann gekündigt habe und quasi mein eigener Chef wurde, sozusagen, also auch was die Urlaubsbestimmung angeht, hat sie gesagt, alles klar, ich gehe jetzt sechs Monate nach Tahiti und dann war sie sechs Monate dort. Ich war einen Monat mit ihr und wir sind dann die ganzen Inseln dort abgeflogen. Das ist das Paradies auf Erden. Das ist wie Seven World's Wild, nur ohne den Müll. Also kannst du dir immer so vorstellen, ja. Und also absolutes Paradies. Und wir haben gesagt, das nächste Mal, wenn wir dort hingehen, mit dem eigenen Boot. Ja, aber das ist so ein spannendes Detail, was man sich, also das hätte ich so nicht erwartet. Ich habe dich jetzt so ein bisschen, so als Finanznerd, zumindest erst mal so durch YouTube. So Ursteu in Monaco und solche Sachen. Ja, genau. Und dann gönnst du dir auch mal und so. Aber du bist ja eher, du stehst dann auf das Ruffe, auf das Leben, das auch mal da draußen in der Natur stattfindet. Und das, finde ich, ist so eine ganz, ganz coole Charaktereigenschaft. Jetzt habe ich natürlich aber auch zu eurem Geschäftsfragen, weil ihr habt mittlerweile verschiedene Firmen aufgebaut. Es ist ja jetzt nicht irgendwie nur die Finanzfluss GmbH, sondern dahinter gibt es ja jetzt noch verschiedene Sparten. Erklär das vielleicht. Also es ist eine GmbH, die heißt Finflow GmbH, weil Finanzfluss, darfst du es nicht nennen, das ist ein Finanzfluss, echtes deutsches Wort. Und das hat die IHK halt gesagt, du darfst es nicht nennen, dass ich zum Beispiel nicht Bäcker GmbH nenne, wenn du Bäcker bist, sondern es irgendwie anders heißt, deswegen Finflow. Und nee, also es gibt nur die Finflow. Ich habe halt noch selbst eine Holdinggesellschaft darüber. Das macht man üblicherweise so, aus steuerlichen Gründen. Und genau, also in der Finflow haben wir halt verschiedene Aktivitäten. Also beispielsweise, also wir arbeiten halt viel auf der Webseite. Das ist halt wirklich das Produkt, was wir vorantreiben wollen, weil wir sind über Social Media groß geworden, haben dort unsere Community und wir wollen jetzt die Community mit eigenen Produkten bedienen. Also nicht eigenen Finanzprodukten, das auf keinen Fall, wenn du dann hast du nämlich direkt einen Interessenskonflikt, aber beispielsweise mit solchen Tools. Also wir haben sehr viele Rechentools, womit du halt mal ausrechnen kannst, wie viel Geld brauche ich eigentlich, um finanziell frei zu sein? Das ist eine sehr spannende Frage. Wie viele bewegt? Also könnt ihr übrigens auch mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Wir nehmen jetzt einfach mal genau diesen Rechner, weil den habe ich selber auch oft benutzt. Da kannst du nämlich genau sagen, wie viel brauchst du denn dann auch pro Monat? Also das musst du für dich dann entscheiden und dann siehst du, okay, ja, was muss ich dafür tun? Wie viel Geld müsste das dann insgesamt sein? Also schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Es gibt aber unfassbar viele Tools. Das ist alles auf eurer Website. Nehmen wir 50 Rechner, also Zinseszinsrechner, Urlaubstagegeldrechner oder solche Dinge, also alles Mögliche. Wir haben einen eigenen Bereich, wo wir Anbieter bewerten. Wir haben über 800 Finanzanbieter, also sowas wie Trustpilot, wenn du magst, nur für Finanzanbieter, wo unsere Community Bewertungen schreibt, die komplett, also die wir händig natürlich prüfen, aber die sind komplett Community basiert. Wir haben einen Bereich, wo du ETFs suchen kannst, also eine ETFs-Suche, wo du halt aus den 2500 ETFs, die es in Deutschland gibt, herausfinden kannst, welcher für dich der richtige ist und, und, und. Also wir bauen halt super viele Sachen, weil wir den Leuten halt die Tools an die Hand geben wollen, die richtigen Produkte zu finden. Okay. Ihr macht das, weil ihr davon überzeugt seid, dass da etwas fehlt, dass zu viele Platzhirsche auch einfach nur mit dem Geldaspekt daran gehen. Trotzdem verdient ihr natürlich auch Geld. Ihr macht Umsätze. In welcher Größenordnung seid ihr da unterwegs? Ja, siebenstellig. Also wir sind im siebenstelligen Umsatzbereich. Muss man natürlich, was man dazu natürlich auch sagen muss, wir haben sechsstellige Personalkosten monatlich. Also das. Monatlich. Monatlich, genau. Das heißt, also das, was wir, das, was wir einnehmen, reinvestieren wir zum sehr großen Teil, um halt, wie gesagt, unsere Produkte weiter auszubauen. Könntest du denn selber, als, als du und Arno euch gehört erladen, so könntest, könntest du denn sagen, ich nehme jetzt meinen Anteil und setze mich zur Ruhe? Also hättest du deine Rente schon erreicht? Ich glaube, da würden die Leute, da würden die Leute ziemlich nervös werden, wenn ich auf einmal das Gesicht quasi weg bin. Also bei mir ist das vielleicht so ein spezieller Case. Ja, ich meine, die Firma hat natürlich einen gewissen Wert. Es ist ja ganz klar. Und also kann man sich ausrechnen, wenn du im Millionenbereich Umsätze hast, also wie gesagt, im niedrigen Einstelligen-Millionenbereich. Und dann hat das natürlich auch einen Gegenwert im Millionenbereich. Von daher, also rein theoretisch, wenn wir das verkauft kriegen würden, wenn wir da einen anderen Millionär haben, wie du zum Beispiel, der sagt, ich kaufe dir ab, ich kaufe dir die Firma ab, dann könnten wir auscashen und ich könnte mich sicherlich auf die Rente leben und jetzt schon Rente gehen oder so. Sicherlich, weil ich meine, wie hoch muss denn so eine Zahl sein? Ich habe relativ niedrige Lebenshaltungskosten, ich habe kein Auto, ich habe keine Luxusausgaben oder so. Das Einzige, was mich ein bisschen teuer zu stehen kommt, ist, dass wir eine Wohnung in Paris unterhalten und eine in Berlin, aber das wird ja auch bald zusammengelegt. Und von daher brauche ich gar nicht so krass unmenschlich viel Geld, um das Geld anzulegen und dann bei 5% Rendite damit davon leben zu können. Was wäre denn für dich so die Zahl? Weil ich habe das für mich mal so, weil ich habe auch nur einen sehr niedrigen Lebensstandard und habe mir dann die luxuriöseste Zahl, die glaube ich für mich so notwendig wäre, sodass ich mir keinerlei Gedanken darum machen müsste, ob ich jetzt meiner Familie noch ein bisschen was abgebe und meinen Freunden doppelt essen gehe und meine Urlaub fahre, jeden Monat zum Beispiel, dann wären das 4.000 Euro netto. Da habe ich gesagt, wenn ich das zur Verfügung habe. Was brauchst du dafür? Drei Millionen oder so was, circa. Ja, ja, oh gut, ist gut. Geschätzt. Ja, ist gut geschätzt. Aber was ist deine Zahl? Also, kann ich dir gerne sagen, aber das Ding ist, es ist sowas, was sich entwickelt. Also, ich gebe dir mal, ich gebe dir mal einen kleinen Schritt zurück. Also, ich habe privat studiert, sowohl hier in Frankfurt als auch in Paris. Privatstudium heißt Kostenhaufen Kohle. Meine Eltern haben mir dazu nichts zu beisteuern können. Das habe ich komplett selbst finanziert auch mit ein bisschen Nebenjob. Ich habe verschiedene Börsen, wie nennt man das, Stipendien gekriegt. Ich habe aber auch viel Kredit aufgenommen. Ich bin mit 60.000 Euro Schulden ins Berufsleben gestartet. Das heißt, ich hatte einen gewissen Druck. Ich wollte das loswerden. Also, habe ich mir zwangsläufig einen Job gesucht, wo ich eher besser verdiene, um sicherzugehen, dass ich das loswerden kann. Dann war also das erste Ziel, also eines meiner primären Ziele, war es definitiv, Geld zu verdienen. Also, Geld ist ein Fokus gewesen. Ist auch heute noch ein Fokus. Aber mit deutlich, also deutlich abgeschwächter, weil dieser Druck da war, Schulden zurückbezahlen. Als die Schulden zurückbezahlt war, das ging zum Glück ein bisschen schneller, weil ich neben meinem Job ja noch finanzlos hatte. Das war auch schon ein bisschen profitabel. Und dann ging es darum, ein Vermögen aufzubauen. Ich meine, also genau, in die Vermögenssituation überhaupt reinzukommen, Geld auf die Seite zu legen und so weiter. Aber wenn du halt einen gewissen Punkt erreicht hast, beispielsweise die Zahl, die du genannt hast, das ist sicherlich ein Ziel, wo ich auch sagen könnte, könnte ich voll unterschreiben. Also so zwei, drei Millionen würden eigentlich schon reichen. Wenn du die mit fünf Prozent anlegst, die ist noch ein bisschen Abgeltungssteuer raus, landest du irgendwo, ja, um deine 4000 Euro im Monat. Damit bist du sehr, sehr solide unterwegs und das Geld bräuchte ich sehr wahrscheinlich nicht. Aber dann kommen halt weitere Projekte dazu. Du musst mal überlegen, du kannst dir jetzt damit noch keine Wohnung kaufen. Also wenn du hier in Köln eine Top-Lage willst und dann vielleicht mal noch Kinder dazukommen, brauchst also ein bisschen mehr Quadratmeter oder auch wir in Berlin, musst du noch mal ein bisschen was oben drauf packen auf diese Zahl. Und vielleicht hast du ja auch unternehmerische Projekte, die dazukommen. Also bei mir ist es ja der Fall, wir haben im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, ich interessiere mich für den medizinischen Bereich, habe in so ein Endometriose-Startup investiert. Meine Frau ist Mediziner und ich würde gerne in dem Bereich noch ein bisschen was machen. sagen, naja, also wenn du im Medizinbereich unterwegs sein willst, unternehmerisch, dann brauchst du noch mal ein bisschen mehr Geld und so. Und das sind dann halt so Zahlen, die entwickeln sich halt immer weiter, weißt du? Dann geht es halt nicht mehr darum, deinen Lebensstandard zu finanzieren, sondern dann geht es halt wirklich darum, deine Projekte realisierbar zu machen. Aber diese Projekte machst du natürlich aus eigenem Interesse, aber auch wieder mit dem Ziel, mehr Geld zu verdienen. Möglich, aber klar. Und ich verstehe, dass wenn ein normaler Privatzuschauer sich jetzt denkt, okay, Thomas hat gesagt, er hätte eigentlich, wenn er jetzt so seinen großen Exit mit einem großen Knall macht, dann hätte er wahrscheinlich die Ruhe weg bis ans Ende seiner Tage und müsste nie wieder arbeiten. Viele arbeiten aber genau für diesen Punkt. Und deshalb verstehe ich auch, wenn man jetzt da zuschaut und nicht verstehen kann, wie so jemand wie du dann sagt, ja, nee, also Exit, finde ich, ist jetzt für mich gerade nicht in Sicht und ich will irgendwie immer weiter als Investor da bleiben, deshalb bräuchte ich noch ein bisschen mehr Geld und so. Also kannst du das irgendwie greifbar machen? Finanzielle Freiheit ist halt im Englischen, sagen wir mal ein Moving Target. Das ist ein Ziel, was sich bewegt. Ich habe früher, als ich 16 oder so war, habe ich mit dem Porsche-Konfigurator rumgespielt und da war es mein großer Traum gewesen, irgendwann mal einen 911er Turbo, weiß nicht mehr was, zu fahren, weißt du, hat mir die Porsche-Videos angekommen, so, wie geil und so weiter, so, weißt du. Und ich bin die Porsche gefahren, das einzige Auto, was ich jemals hatte, war ein Ford Focus und es ist auch heute nicht mehr mein Ziel, einen Porsche zu haben, weißt du. Wenn man mir schenken würde, würde ich sagen, ja, geil, weißt du, mal ein bisschen auf die Rennstrecke oder so was, aber finde ich auch okay, sowas kann man sich dann mieten oder so. Und das meine ich ja, weißt du, so die Ziele entwickeln sich weiter. Ich verstehe das, der Großteil der Community ist denen das Ziel ist, weil ab und zu stinkt dir dein Job halt einfach, weißt du. Das ging mir in der Bank auch so, ich habe meinen Job geliebt, aber es gibt solche Tage, hast du einen Bock, einfach das auf den Tisch zu knallen und zu sagen, mach deine Scheißleit selbst, ich gehe jetzt, weißt du, oder sowas in die Richtung. Und wenn du dann halt den Financial Background hast, sowas auch in der Theorie zumindest mal machen zu können, nachher beruhigt man sich und so, geht wieder ein Bier trinken mit den Kollegen, ist wieder alles in Ordnung. Dann hast du ein gewisses Level erreicht, aber dann kommen zwangsläufig auch die nächsten Levels und du denkst dir, weil ich bin so ein Typ, du hast ja gesagt, ich habe ja, also wie ich Urlaub mache, weißt du, also ich schaffe zwei Tage Strandurlaub, schaffe ich, danach geht gar nicht mehr. Dann muss ich halt irgendwas machen. Und ja, dann entwickeln sich diese Ziele weiter. Aber ich kann das absolut nachvollziehen, dass Leute sich sagen, ich will diese finanzielle Unabhängigkeit und das ist ein schönes Ziel, finde ich. Weil, guck mal, ich hatte vor kurzem in einem Interview, hat mich jemand gefragt, ist es denn überhaupt für die jungen Leute, also die sind ja so benachteiligt, was die Rente angeht und solche Sachen und da sage ich, ja, das stimmt, die jungen Leute müssen was für ihre Rente tun. Die Rentenlöcke ist gigantisch und wenn du das mal ausrechnest, da haben wir auch verschiedene Tools zur Verfügung gestellt, wo du mal ausrechnen kannst, wie groß ist denn diese Lücke überhaupt, wenn ich 3000 Euro am Ende meiner Karriere, 3000 Euro netto schaffe zu verdienen oder so, dann kriege ich wie viel Rente? Keine Ahnung, 1700 oder sowas? Ja, also das ist brutal und das ist brutal. Diese Lücke musst du privat schließen, du musst selbst was auf die Seite legen. So, aber dann habe ich auch gleichzeitig gesagt, wie attraktiv, wie sexy ist es, Geld auf die Seite zu legen für die Rente? Du hast eben dieses Raucherbeispiel gebracht. Boah, also jetzt sich über die Rente Gedanken zu machen, ist so schwer. Gar kein Bock und das ist auch keine Motivation, weißt du? Aber deswegen sage ich auch immer, man muss diesen Rentenaspekt covern, du musst Geld auf die Seite legen für die Rente. Aber was man nicht vergessen darf, ist, der Weg dorthin ist auch mega geil, weil ab dem Moment, wo du mal anfängst, ein paar tausend Euro auf der Seite liegen zu haben, dann vielleicht die ersten 10.000 Euro, dann vielleicht ein bisschen darüber hinaus, gewinnst du ein komplett anderes Peace of Mind. Du bist, du hast eine größere, im Finanzbereich sagt man, du hast mehr Optionen. Eine Option hat einen Wert, aber du kannst einfach sagen, du hast mehr Möglichkeiten in deinem Leben. Du könntest rein theoretisch deinen Job kündigen. Allein das macht dich schon mal entspannter im Leben. Ich habe das als F***-You-Money, habe ich das kennengelernt. bester Begriff, ja. Also einfach die Ruhe, Ruhe weg. Und das heißt nicht, dass du F***-You sagen musst und anfangen musst, vulgär zu werden und alle Leute arrogant um dich beleidigen musst, sondern es ist halt einfach nur dieses, wenn ich wollen würde, könnte ich, weißt du? Du bist vielleicht ein kreativer Mensch und bist als Beamter tätig oder sowas, um jetzt mal in den Stereotypen zu bleiben und denkst dir so, ich würde eigentlich gerne mal so sechs Monate probieren, mein eigenes Ding groß zu ziehen. Wenn du ein bisschen F***-You-Money hast, dann geht das. Ja. Ein Stichwort gerade war Christian Lindner. Ist ja unser, warte, jetzt darf ich es nicht verwechseln, er ist unser Finanzminister. Genau. Und der Habeck ist unser Wirtschaftsminister. Zwei verschiedene Ministerien, du und Christian Lindner. Ihr habt eine Connection, obwohl du ja erst mal völlig unpolitisch auftrittst. Was ist eure Connection? Also wir haben keine Connection, der hat mich nur eingeladen zu sich. Also er hat mich eingeladen auf seinen Podcast. Klar, ich meine, die Themen, die wir behandeln, sind natürlich Themen, die auch irgendwo mit der FDP synchronisieren. Also so zum Thema Eigenverantwortung im Finanzbereich. Aber unsere Inhalte sollen wirklich komplett unpolitisch sein. Für jeden. Was sagst du denn, wenn ich dich frage, ob du so ein FDP-Wähler bist? Ja, ich meine, da muss ich komplett unterscheiden zwischen meinem öffentlichen Auftritt und unseren Inhalten und was ich persönlich denke. Also ich möchte es wirklich komplett trennen. Ich habe in der Vergangenheit mal FDP gewählt, ich habe in der Vergangenheit aber auch andere politische Parteien gewählt. Also ich halte mich da offen. Und du hast einen Podcast mit unserem Finanzminister. Genau, genau. Also er hat mich eingeladen auf seinen Podcast. Also er hat ja einen Podcast vorher schon gehabt, als er noch in der Opposition war. Jetzt hat er einen neuen aufgesetzt und das war ich super happy, dass er mich dorthin eingeladen hat. Weil ich habe mir irgendwann scherzhaft in den Podcast gesagt, er ist ja so eine Art mein Chef, weißt du? Also wenn du mal überlegst, wer steht über allem, was mit Finanzen zu tun hat, ist der Finanzminister ja ganz weit oben. Ist jetzt eher scherzhaft gedacht. Und genau, mit ihm habe ich auch über politische Themen gesprochen. Hat mich auch gefragt, was zum Beispiel so politische Forderungen sind, die wir hätten. Was ich aber halt echt wichtig finde, ist, wir müssen, also jeder, der hier zuschaut, muss damit klarkommen, was gerade Sache ist. Also du kannst es so bescheuert finden, wie du willst, was wie unser Rentensystem ist, wie unsere Steuern sind, wie und so weiter. Es ist aber gesetzt. Es ist wie, wenn du beim Brett spielst, sagst, ich finde diese Regel finde ich nicht so gut, dass wenn du bei einem Mensch ärgerlich nicht eine 5 gewirft hast, dass ich dann 5 gehen muss, ich würde lieber 4 gehen, weißt du? Das geht ja nicht. Und deswegen muss man das unterscheiden. Also auf der einen Seite brauchst du die finanzielle Bildung, um damit klarzukommen, mit dem System, diese, jene Punkte fände ich gut. Okay. Jetzt hast du diesen Mann, der so viel Macht und Einfluss natürlich hat, den hast du persönlich kennengelernt. Und dein persönlicher Eindruck, der würde mich nämlich interessieren, jetzt sind wir im Persönlichen, weil du hast ihn kennengelernt und er ist in vielen Memes im Internet unterwegs und da spalten sich die Geister. Es gibt, gerade in unserer Generation gibt es viele, die ihn lieben, für das, was er macht und es gibt aber auch viele, die ihn hassen, weil er irgendwie auch gegen viele Dinge ist und was ist dein persönlicher Eindruck? Du hast ihn kennengelernt. Ja, also die jungen Wähler, ich meine, er ist vor allem deswegen ist die FDP so stark, weil viele Jungwähler die FDP gewählt haben und das ist sehr wahrscheinlich nicht zuletzt dem geschuldet, dass er auch in solchen Memes drin ist, dass er halt viel damit aufgegriffen wird, dass er halt sich sehr jung oder sehr jung rüberkommt mit seinem Ausdruck Bubat's legal und solche Sachen. Das auf jeden Fall. Ich fand den extrem dynamisch, das fand ich cool. Da ist quasi wie so ein Blitz reingerauscht und direkt Hände schütteln, direktes Du angeboten. Wie Politiker halt so sind, extrem anpassungsfähig. Also er hatte eine schöne Uhr gehabt und eine Krawatte und so, hat gesehen, dass ich das nicht habe. Er hat dann gleich die Krawatte abgenommen und auch die Uhr abgelegt und halt dann ein bisschen offener, also super anpassungsfähig. Er hat mich beeindruckt, weil denken wir an solche Dinge, also ich persönlich denke da nicht so dran. Also wenn ich auf eine Gala eingeladen werde, denke ich mir schon, okay gut, jetzt kann ich meinen Anzug anziehen oder so, aber ansonsten halt, wie man sich halt wohl fühlt. Ja, und ich glaube, er hat Lust, was zu bewegen und die einzelnen Sachen, also ich bin zum Beispiel auch großer Fan vom 9-Euro-Ticket gewesen, wo er sich ja systematisch dagegen ausgesprochen hat. Ich fand auch zum Beispiel seinen Ausdruck zur Gratis-Mentalität nicht cool. Ich glaube, das hat er auch ein bisschen bereut. Ich bin auch nicht komplett einig, was so das Thema, wie soll man das sagen, Nachhaltigkeit und Ökologie angeht. Da finde ich, ist die FDP noch ein bisschen zu, also wenn man über das Thema 1,5-Grad-Ziel spricht, dann gibt es ja mehr oder minder so zwei Lager. Die einen sagen, weniger duschen, unseren CO2-Ausstoß reduzieren und die anderen sagen, ach Quatsch, das regelt die Technologie, unsere Flugzeuge fliegen irgendwann mit Wasserstoff. Und deswegen brauche ich mich heute nicht einschränken. Ich glaube, die Wahrheit liegt bei beiden. Es liegt, ich glaube auch ganz fest daran, dass die Wahrheit in der Mitte liegt. Also es wird nicht funktionieren. Ich hatte nämlich auch eine junge Umweltaktivistin zu Gast, die sich mit ihren Händen auf die Straße kregen. Also das, was jetzt gerade in aller Munde ist. Das hat bei mir auch schon für Wut gesorgt. Wir sind irgendwann mal von einem Offside-Event zurückkommen mit Arno mit einem Mietwagen und da haben wir dann eine Stunde im Stau gestanden und konnten nicht produktiv sein. Das ist mir halt schon... Natürlich, man kriegt so eine Krawatte, aber sie hat mir genau erklärt, hey, es geht uns gar nicht um den, der jetzt da im Stau steht, dass du jetzt irgendwie ans Umdenken kommst, sondern es braucht Aufmerksamkeit. Auch außerhalb von Wahlkampf muss das irgendwie auf dem Tablett sein, dieses Thema. Und ja, das schaffen sie. Also Aufmerksamkeit ist da und es ist, hat sie selber gesagt, es ist denen völlig bewusst, dass ob du da jetzt mit einem SUV oder einem Mini oder so im Stau stehst, das ist gerade nicht mehr der treibende Punkt. Das wäre vor 30 Jahren vielleicht echt cool gewesen, darüber zu diskutieren. Heute ist es viel wichtiger, was sich grundlegend verändert mit Ölkonzernen, die immer weiter die Umwelt verpesten, dass wir durch Menschen wie Christian Lindner vielleicht auf die auch einen gewissen Druck ausüben können. Aber ich finde so eine Einschätzung ganz spannend, weil wenige kommen ja in die Gelegenheit, Politiker dann auch mal greifen zu können und auch mal so, wenn die Kamera gerade nicht läuft, mal eine Sekunde mit denen zu quatschen. Der Moment war relativ kurz, also der ist wirklich so reingerauscht und wieder raus. Okay, also. Ich meine, ich finde es schon super cool, dass der so nebenbei so einen Podcast machen kann, also Finanzminister, also was der alles entscheiden muss und für Sachen zu tun hat und so weiter und dass der dann noch mal Zeit hat, dass wir den im Januar noch mal besuchen, im Bundesfinanzministerium hat uns sogar angeboten, bei uns im Juro mal vorbeizukommen. Also das ist schon krass. Also fand ich schon beeindruckend. Seinen Vorgänger haben wir ja auch eingeladen. Es wäre jetzt nicht so, als wären wir da irgendwie besonders nah an jemandem, sondern wir wollten ja auch mit Olaf Scholz sprechen über eine Sache, die wir stark kritisiert haben, die sogenannte Finanztransaktionssteuer. Will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber das ist eigentlich ziemlich unfair für Privatanleger und reguliert nicht das, was es regulieren soll. Aber ja, der hat es dann abgelehnt, also leider. Aber gut, vielleicht, weil es auch zu viele Memes in unserem Discord gab, die dann im Stream hochgekommen sind, von wegen Sparbuch Olaf und so weiter. Klar, da müssen Politiker natürlich sensibel sein oder sensitiv sein. Aber ja. Okay. Dann wird es mich natürlich interessieren. Ich kann dir erklären, so vor unserem Video hier, kann sein, die Zuschauer wissen es, ich weiß es jetzt gerade noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es vor, bevor wir angefangen haben zu reden, eine Produktplatzierung gab. So finanziert sich dieses, dieses Format hier. Das ist anders als auf meinem Funk-YouTube-Kanal. Dort gibt es keine Werbung und es ist natürlich durch öffentlich-rechtliche Gelder finanziert. Das heißt, die Menschen sind dort total frei von der Werbung. Hier auf diesem Kanal funktioniert das nicht. Auf eurem Kanal, muss ich ehrlich gestehen, sehe ich das selten bis nie. Also da gibt es irgendwie selten den Moment, dass du sagst, übrigens, das hier ist die geilste Kreditkarte oder checkt diesen ETF ab. Also wie verdient ihr dort Geld und in welcher Größenordnung? Also die Produktplatzierung können wir tatsächlich nicht machen. Also Produktplatzierung bedeutet ja, jemand kommt, bezahlt einen gewissen Betrag und dann machst du halt Werbung in deinem Video selbst. Wir verdienen auf drei Arten und Weisen Geld. Also wir haben drei Quellen. Das Erste und das Größte ist das sogenannte Affiliate Marketing. Wir haben Partnerschaften mit so ziemlich jedem Finanzanbieter in Deutschland, wo wir auf diese Partner verweisen können. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link, klickst du drauf, wie bei Amazon Affiliate. Und wenn jemand ein Depot eröffnet, eine Kreditkarte oder was auch immer, kriegen wir eine Provision davon. Und wir wollen halt die Freiheit haben, uns auszusuchen, welches Produkt wir in den Vordergrund stellen. Das ist im Finanzbereich ganz besonders. Also wenn du eine Produktplatzierung machst, dann ist die ja unabhängig von deinem Inhalt. Wenn wir aber eine Finanzplatzierung machen würden, dann ist es nicht unabhängig von unserem Inhalt. Also wir könnten zum Beispiel eine Produktplatzierung machen mit, was ist denn so die beliebte Zeit, NordVPN oder sowas in diese Richtung. Das hat ja gar nichts mit unseren Inhalten zu tun. Sowas wäre in Ordnung. Aber genau, bei den Affiliate Links haben wir halt einfach mehr Freiheiten. Und ich meine, irgendwie müssen wir unsere kostenlosen Inhalte finanzieren. Und da können wir wirklich auch so, mit dem Partner wollen wir zusammenarbeiten, mit dem wollen wir nicht zusammenarbeiten. Also so funktioniert Affiliate. Das zweite ist, wir haben Produktplatzierung auf dem Podcast. Wir haben die Werbung, die vor YouTube läuft. Also es ist die Rubrik Werbung, nennen wir das. Und drittens haben wir auch, das wissen die wenigsten, ein Bezahlprodukt. Also wo du einmalig bezahlen kannst, für so einen Videokurs zu machen, wo wir dich wirklich bei null abholen. Also das ist für die Leute, die nicht unsere 400 YouTube-Videos schauen wollen. Sondern die sagen, guck mal, ich bin ein bisschen besserverdienender. Ich würde jetzt gerne einmal Geld auf den Tisch legen. Dann bringst du mir das ganze Zeug, was ich über Finanzen wissen muss, von null bis 100 bei. Gibt es Quizze zwischendurch, gibt es Exit-Tabellen und so weiter. Dafür muss man aber Geld auf den Tisch legen. Was kostet das? 500 Euro. Und wie viele Leute haben da mitgemacht? Jetzt wissen wir, wie viel Umsatz ihr da mitgemacht habt. Ich kann es ja nicht sagen, aber ich glaube, wir dürfen nicht mehr weit von den 1000 sein. Aber es geht schon ein paar Jahre, also es läuft schon über ein paar Jahre. Ach okay, und man bleibt dann auch am Ball oder zahlt man einmal 500 und wird dann... Nee, genau. Also du zahlst einmal 500 und hast dann einen kompletten Videokurs mit um die 90 Videos oder so, die aber nicht wie YouTube ein Business-Thema, sondern die bauen so aufeinander auf. Weißt du, so wirklich fängst du bei null an, deine finanziellen Ziele. Dann geht es wirklich um das Thema Finanzprodukte erstmal verstehen. Was sind gute Produkte, was sind schlechte Produkte? Was mache ich, wenn ich zum Beispiel einen Altbestand habe, so einen Riester-Vertrag oder so, der völlig miese Renditen abwirft? Oder wie bewerte ich das überhaupt, ob der gut oder schlecht ist? Also solche Themen. Dann hinweg ich bis zum Thema, wie mache ich Schritt für Schritt ein Depot auf? Wie, welche ETFs suche ich mir raus? Wichtig an der Stelle zu wissen, wir haben da kein, also wir verkaufen jetzt nicht als Geheimwissen oder so was. Alle Infos, die da drin sind, findest du kostenlos bei uns auf YouTube. Es ist wirklich nur für die Leute, die eine sogenannte Executive Summary wollen, also die wirklich das intensiv zusammengefasst haben wollen. Okay. Ja, krass. Also das sind so unsere drei Quellen, wovon Affiliate wirklich das Größte ist. Das siehst du also unten bei uns in der Videobeschreibung oder auch auf der Webseite. Wir verweisen zum Beispiel häufig auf die Webseite, weil so ein YouTube-Video kannst du nicht auf dem laufenden Stand, auf dem laufenden halten. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein Video produziert, was bald live geht, wo wir sagen, der beste ETF-Broker für das Jahr 2023. Das haben wir, das machen wir jedes Jahr. Das haben wir auch 2020 mal gemacht. In dem Moment, wo wir das Video rausgehauen haben, hat einer der Broker seine Konditionen geändert. Zum Schlechteren, wohlbemerkt. Und dann ist halt unser Video draußen. Und dann haben wir uns halt geärgert und haben gesagt, okay, wie machen wir das zukünftig? Und deswegen haben wir halt jetzt auf unserer Webseite so ein durchgängiges Ranking, wo die Produktdaten immer up-to-date sind. Und da verweisen wir dann ein Video auch drauf und sagen, das ist jetzt Stand November 2022. Kann sein, dass sich das ändert. Guck einfach bei uns auf der Webseite und dann ist es aktuell. Okay, so bleibt es transparent. Ich finde auch sehr cool, dass euer Ranking unabhängig davon läuft, wie viel ihr daran verdient. Weil das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu vielen anderen im Markt und sowieso in der Wirtschaft. Weil ich würde ja tendenziell erst mal so daran gehen, wenn ich jetzt eure Firma zum maximalen Gewinn pushen möchte, dann würde ich natürlich das Angebot, wo ihr am meisten beim Abschluss des Kunden irgendwie verdient, das Angebot bekommt dann natürlich die besten Bewertungen. So kennt man das und fühlt sich regelmäßig verarscht. Bei euch auf der Website sieht man aber auch, dass wenn jetzt wirklich das beste Produkt von einer Firma kommt, die mit euch halt keine Kooperation hat oder ihr vielleicht nur sehr wenig daran beteiligt seid, dann kann es trotzdem sein, dass diese Firma auf Platz 1 landet und auch im YouTube-Video auf Platz 1 genannt wird. Der einzige kleine Unterschied ist dann, das hast du mir vorhin gezeigt, dass ihr dann nicht auf die verlinkt, aber ihr sagt zumindest, hey, guckt euch das dann bei denen selber an, das gibt es dort und alles cool. Also das ist der Trade-off, den du im Finanzbereich immer hast, kurz versus lange Sicht. Also wenn ich das jetzt auf die Spitze treibe, wir könnten irgendwelche unseriösen Broker anbieten, aber wenn ich wirklich das Maximum, wenn ich Lust hätte, meine Community zu scammen, dann würden wir einen eigenen Krypto-Token launchen oder irgendwas im Krypto-Bereich bauen, wo wir einmal unsere komplette Community reinpushen. Die meisten sind zum Glück financially educated, würden also da nicht mitmachen, aber einige würden vielleicht drauf reinfallen, dann würden wir einmal richtig fett absahnen und dann ist unser Ruf kaputt, dann darf ich bei dir nicht mehr auf der Couch sitzen, dann werde ich von keinem Journalisten mehr eingeladen und so weiter und dann ist unser Business tot. Also das ist halt immer, wir müssen immer das Thema Reputation, wir haben in unseren, wir haben Firmen Values und eine unserer Core Values ist Community first. Also Community, das ist halt super wichtig zu wissen, okay, was ist der Vorteil von der, also was hat die Community davon und somit behältst du halt deine Unabhängigkeit und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele unseriöse Anfragen wir kriegen oder Leute, die kommen und sagen, wie wenig Geld verdient ihr denn, also ihr könntet ja zehnmal so viel verdienen, wenn ihr einen eigenen Coin launchen würdet, würde ich sagen, ja, dann sind wir nächstes Jahr aber nicht mehr am Markt. Ja, ich glaube, das ist genau der Unterschied. Viele kommen und gehen und euch gibt es jetzt seit Jahren und hoffentlich auch die nächsten Jahre. Es gibt nur eine Sache beim Thema Geld, gerade in Deutschland, wo ich, ich habe vor drei Jahren die USA das erste Mal kennengelernt, war dort im Urlaub und zu Besuch bei Freunden und habe dort mit sehr vielen Menschen auch darüber sprechen können, weil ich das aus Filmen schon so kannte, dass die irgendwie so locker mit Geld sind und locker darüber reden und das ist dort, also von meiner Erfahrung her wirklich so, dass dort ein Business starten voll cool ist. Egal, ob du erfolgreich bist oder nicht, du hast erst mal was gestartet. In Deutschland schaut man da so ein bisschen anders drauf. Du hast ein Business gestartet und das finde ich sehr schade. Wenn du nämlich nicht erfolgreich bist, dann gibt es sehr viele Menschen, die dich dafür mit Häme belegen und dich auslachen und auch wenn du es startest und noch gar nicht klar ist, wohin es führt, dann wird dir erst mal misstraut und wahrscheinlich auch nicht so wohlwollend entgegengeblickt, dass du am besten das Ganze in den Sand setzt. Wenn jemand viel Geld verdient, ist es ganz kritisch, darüber zu reden, also auch so Zahlen zu droppen, weiß ich, ist in Deutschland einfach ein bisschen was anderes als in den USA. Und hier bin ich natürlich auch mit so einem Credo aufgewachsen von Geld verdirbt den Charakter. Mich würde interessieren, wenn du dein ganzes Leben irgendwie mit Geld verdienen zu tun hast und investieren und immer geht es um Geld und Steigerungen davon. Wie verdorben ist dein Charakter? Also für mich ist Geld nur Mittel zum Zweck. Und ich meine, auf der einen Seite habe ich viel mit dem Thema zu tun, auf der anderen Seite in mein eigenes Depot gucke ich einmal im Monat rein oder noch seltener. Also es interessiert mich eigentlich kaum, weil ich ja diese langfristige Sicht habe. Also ich glaube auch Geld ist halt einfach nur eine Lupe. Es ermöglicht dir halt mehr Dinge im Leben. Und wenn du halt sowieso schon irgendwie charakterlich vielleicht nicht so 1A unterwegs bist, dann kannst du halt mit Geld viel Schaden anrichten, weißt du. Ich finde es aber trotzdem super wichtig, das Ziel zu haben oder ich würde mich auch von diesem Gedanken verabschieden, Geld verdirbt den Charakter, weil es ist auch anders, weißt du. Es gibt zum Beispiel diesen Ausdruck, Geld ist mir nicht so wichtig, ja, weil ich verdiene nicht so viel, das ist mir nicht so wichtig. Das Problem ist aber, wenn du nicht viel Geld hast und jetzt in der aktuellen Phase, wo wir 10% Inflation haben, also alles, was du dir kaufst, 10% teurer wird im Schnitt, viele Dinge werden ja viel teurer, beispielsweise Energie, dann wird Geld dein Leben dominieren, weil du permanent drüber nachdenken musst, jeden Pfennig zweimal umdrehen, permanent drüber nachdenken, wo kann ich noch sparen, wie komme ich jetzt über die Runden, wie mache ich das jetzt, werden zum Beispiel für die Kinder, muss ich wieder für eine Schulklassenreise bezahlen oder solche Dinge, weißt du. Und dann ist Geld ein zu dominierendes Thema. Und ich glaube, wenn du Geld einfach nur als Enabler siehst oder als Möglichkeit, dir Freiheiten zu ermöglichen, dann hat das einen sehr positiven Effekt. Also von daher, ich würde sagen, für mich hat es hoffentlich den Charakter nicht verdorben, aber ich würde das auch selbst nicht beurteilen. Ja, ich glaube, genau das ist der Punkt, wenn du selber verdorben bist und dann die Möglichkeiten hast, finanziell auch viel, viel umzusetzen, dann tust du oft auch schlimme Dinge und lässt es andere vielleicht spüren. Wenn du sowieso eine arrogante Persönlichkeit bist, dann ist Geld genau das Richtige. Aber es gibt auch unfassbar viele wohlhabende Menschen, habe ich jetzt festgestellt, denen du das weder ansiehst, die es dir auch überhaupt nicht, dich überhaupt nicht spüren lassen. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass es wichtig ist, dass wir uns alle mehr mit diesem Thema auseinandersetzen und auch hier in Deutschland anfangen, offener über Geld zu sprechen, weil es bestimmt, du hast es gesagt, jetzt in Krisenzeiten sowieso, aber ohnehin Geld bestimmt das Leben. Also Geld bestimmt irgendwo, ob wir einen Vertrag unterschreiben oder nicht. Es gibt auch andere Faktoren, aber wenn ich kein faires Gehalt bekomme, dann bin ich von diesem Job ein bisschen abgeturnt, weil es viele negative Punkte in meinem anderen Leben, also in meinem Privatleben bedeutet, ich kann dann wieder weniger Urlaub machen dieses Jahr oder gar keinen Urlaub machen. Deshalb wird es hier auf diesem Kanal in Zukunft auch mehr dazu geben. Es wird, aber kannst du dich definitiv darauf freuen, es wird aber auf deinem Kanal auch fortlaufend weiter wichtige Inhalte geben. Deshalb, ich habe Thomas nicht nur eingeladen, damit er heute hier berichtet. Ich möchte auch Werbung dafür machen, dass ihr mal bei ihm vorbeischaut, weil was die dort auf die Beine stellen, ist, wenn ihr ein paar Minuten abends habt, super gut investierte Zeit. Da ich selber Zuschauer bin, meine ich das sehr aufrichtig. Bisher habt ihr euch... Gerne den Kanal aktivieren, wie man hier so schön sagt. Den Kanal aktivieren da drüben. Ein Video am Abend und man ist, glaube ich, nach ein paar Wochen schon ein bisschen fitter in verschiedenen Themen. Und man muss es selber in die Hand nehmen, weil es wird kein Christian Lindner, kein Olaf Scholz oder sonst wer kommen und einem die Rente sichern. Das wird nie passieren. Es wird niemand von außen da sein, der dir irgendwie den Millionen-Jackpot vor die Tür legt. Und mit dieser Gewissheit im Kopf muss man zurechtkommen und man kann es nur selber regeln. Also auch mein Appell an alle Menschen, die jetzt gerade zuhören und zuschauen, nehmt es selber in die Hand. Ja, keiner wird euch irgendwie diesen Goldkessel vor die Tür stellen und sagen... Ein Bloggerfreund von mir hat das mal ganz passend formuliert. Er hat gesagt, es gibt zwei Dinge im Leben, wo du dich selbst drum kümmern musst. Die Partnerwahl und die eigenen Finanzen. Das kannst du nicht outsourcen. Nee, du kannst es nicht. Du kannst dir keine... Du brauchst nicht auf irgendwelche Gurus vertrauen. Und auch wenn Thomas A. sagt, dann müsst ihr euch auch fragen, ob vielleicht B für euch besser ist. Das ist wirklich so. Aber das könnt ihr nur gut entscheiden, wenn ihr ein eigenes Wissen euch an den Start holt. Also schaut da vorbei, lest irgendwelche Bücher zu dem Thema und bildet euch eure eigene Meinung, weil ihr seid auch die Einzigen, die am Ende mit dieser Entscheidung leben müssen. Also wenn ihr euer Geld in den Sand setzt, dann seid ihr, die in der Klemme stecken. Und ja, finanzielle Bildung ist, glaube ich, sehr wichtig. Deshalb, ja, ich überlege, Thomas, wir haben noch so viele Themen, aber ich würde gerne... Ja, ich komme nochmal vorbei. Kein Problem. Lass uns doch so vereinbaren. Ja, wenn es in den Kommentaren verlangt wird. Wenn alle sagen, komm... Ja, wenn ihr das sagt. Aber ihr müsst vor allem Fragen unten reinschreiben, weil ich habe noch ein paar Themen, ich werde aber das nächste Mal eure Fragen stellen, vielleicht dann sogar bei euch in Berlin oder wieder hier in Köln. Wir schauen einfach mal, wie es auskommt. Jetzt weiß ich, dass du auch gleich zum Zug musst. Deshalb ist das ein guter Zeitpunkt, um dieses Gespräch zu beenden. Vielen, vielen Dank, dass du am Start gewesen bist. Danke dir, war ein großartiges Gespräch. Und danke an euch, dass ihr zugeschaut habt, zugehört habt und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Super. Tschüss. fate bub. T dadam. Bye.